Oh Mann, das ist Beast Inside. Darauf freue ich mich. Das wird bestimmt ein tolles Horrorspiel. Das ist schon ein bisschen älter, aber ich habe es schon lange auf meiner Wischliste auf Steam gehabt und es war jetzt im Angebot. Wir haben gerade nicht schon das Spiel kurz gestartet und auf Englisch gespielt. Nein, nein, nein. Wir fangen es ganz frisch auf Deutsch an. Hallo YouTube! Adam! Adam! Why are you stalking us? Is this about Adam's work? What do you want from us? Why are you tormenting our family? No! Adam! Adam! No, no, what have you done to Adam? Oh God! War calls for casualty. No, there is no war. We're just, we're just a regular family. You hear me? We just wanted to live our life and you've ruined everything. Pictures, bugs, threats. And now you've killed me. Stay away! Don't! They already know about you. They've been watching the house. They won't let you. Hush. Hush. No! What are you doing? What are you doing? Wuh, 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 wuh! Just the front time. Ich frage mich, was als nächstes passiert. Oh, eine Woche! Das ist alles in einer Woche passiert. Krass, Mann. Was für eine wilde Woche, Chad. Oh mein Gott. Was für eine wilde Woche, Mann. Da passiert ja echt viel. Was für eine wilde Woche, was für eine wilde Woche passiert. Das war's. Ja, je mehr wehren, je mehr Erwartungen, die ich habe. Das wird wirklich bedrohend sein. Aber es war doch, die, die gesagt hat, du würdest aus der Stadt weggehen. Genau, schreibt in YouTube-Kontage, was ist eure wildeste Woche gewesen? Shaq wird auf uns fallen, bevor Breschner's Mädchen ihre ersten Messungen erzeugen. Es ist kein Shaq, es ist ein Präsent von deinen Eltern und ihr solltet es empfehlen. Schau! Boah! Da Urlaub machen? Aber die wohnen da, ne? Das ist ja nicht nur Urlaub, die wohnen da. Ich imagine, du wohnst da. Junge, haben die überhaupt Internet? Haben die überhaupt Internet? Die haben da bestimmt kein Internet, oder? Ist halt ein geiler Ort, um joggen zu gehen. Die Eier schaukeln. Vielleicht wird sie mir helfen, auf diesen verdammten Telegramen zu bezeichnen. Hülle, nicht nur da stehen! Die Boxen werden sie nicht mehr tragen. Update. Das Ort ist sehr friedlich und ruhig, bis Emma kam. Das Ort ist sehr friedlich. Oh mein Gott, wieso ist das Auto so am Rosten? Ich habe noch nie so ein Auto gesehen. Wieso rostet das? Es müsste eigentlich nur Rost entstehen, wenn da vielleicht irgendwie Lack abgekratzt wäre durch eine Beule, durch einen Unfall. Aber das sieht doch eigentlich gar nicht nach einem Unfall aus, Chat. Hä? Oder haben die beim Parken immer an der Wand gekratzt oder so? Vielleicht haben die eine ziemlich enge Garage. Und immer wenn die in die Garage reinfahren... Okay, lass uns die Karton rein tragen. Jep. Jep. Ich muss diese Boxen rein holen. Ich sollte die Boxen auf dem Tisch legen. Upstairs. Okay. Diesmal gehen wir hoch. Küche aber auch oben. Ich habe diese Mistkerle im Voraus bezahlt. Und natürlich haben sie nicht einmal die Mühe gemacht, die Kisten auf den Dachboden zu tragen. Heutzutage kann man einfach niemandem mehr vertrauen. Ja, diese Schweine. Wie lege ich das weg? Zu. In meinem eigenen Haus alle Türen zu. Okay. Nice Butze. Wir brauchen nicht mal Bilder, Chat. Hier hängen schon Bilder. Perfekt. Wer putzt da Zähne? Hallo? Ist sie direkt hoch und putzt sich die Zähne? Hackenstange. Eine Hackenstange mit der Luke zum Dachboden. Die hat wahrscheinlich unterwegs sehr viel Cola getrunken. Und ihre Zähne haben diesen komischen, zuckrigen Film, den man so von Cola bekommt. Die findet das auch richtig ekelhaft, das auf diesen Zähnen zu haben. Also ist sie direkt hoch und Zähne putzen. Wieso leuchtet der so? Ist das irgendwie rare? Werfen. Okay, lass mal den Dachboden aufmachen. Ultra rare, ich glaube auch. Na, hier ist aber zu. Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel. Na gut, dann gehen wir weiter die Küche suchen. Ich glaube, die Küche ist da unten. Da komme ich noch nicht rein. Zum Glück kann ich nun von zu Hause aus arbeiten und muss meinen Wecker nicht mehr auf 6 Uhr stellen. Geil. Er hätte doch upstairs gesagt, aber upstairs war doch gar nichts. Also keine Küche jedenfalls. Ich dachte, vielleicht meint er die anderen Kartons. Kann ich das lesen? Kerzen? Kerzen? Okay. Noch mehr Unordnung hier sorgen. Hier ist schon alles komplett verdreckt. Danke schön, Benni. Danke schön, Benni. Ich strebe gleichzeitig auf Twitch, ja. Oh mein Gott. Ist das Stuff, den die Vorbesitzer da gelassen haben? Wie es aussieht, gehört das ja seiner Mutti. Das Haus. Und wir übernehmen das jetzt. Oh Junge, ich dachte, da geht gerade was. Ich dachte, da rollt irgendwas gerade in meinen Screen rein. Gedrückt und bewegen, Maus mit oder Schubladen. Habe ich schon gelernt, Alter. Bin Gamer. Ich starte das Game und ich kenne die Steuerung. Ich brauche keine Tutorials. Ich habe mich auch geschrocken. Ja, das haben wir schon gelesen, ne? Ach, nochmal für die YouTube. Ähm, ich sollte es auch mal lesen, um Emma und ihre Launen besser zu verstehen. Also scheint Emma wohl schwanger zu sein, ne? Hä, jetzt ist sie plötzlich unten in der Dusche? Gerade hat sie sich oben die Zähne geputzt. Jetzt ist sie auch mal hier unten. Das ist so eine zweistöckige Dusche einfach. Äh, zweistöckiges Badezimmer. Und dann haben die so eine Dusche, wo aber das Wasser durchkommt, aber du unten stehst. Und in der Mitte hast du so eine Rutschstange. Wie bei der Feuerwehr. In der Dusche ist eine Rutsche. Oh, das wäre auch stark. So eine runde Rutsche, die so nach unten geht. Ja, keine Ahnung. Irgendwo... Wieso leuchtet der so? Irgendwo muss ein Schlüssel auf jeden Fall für den Dachboden sein, I guess? Ja, ist ein geiles Haus, würde ich auch sagen. Schon schick hier. Die habe ich schon alle aufgemacht, ne? Am Anfang stand Stelle die Kartons auf dem Tisch ab. Ich sollte den Karton oben auf einem Tisch abstellen. Tisch? Ach, der Ultra-Rare-Tisch. Deshalb blinkt der so. Ach, Mann. Gaming-Chat. Geh zum Dachboden. Ja, du gehst zu. Geh zum Dachboden. Ja, du gehst zu. Okay. Die restlichen Kartons bleiben hier alle, ne? Hey, Psch, Poppy, hör auf. Das ist das eine Dachboden. Ich kann es in der Dachboden finden. Oh, sorry. Ich glaube, ich habe es nicht vom Trunk bekommen. Ah, typisch. Okay, Trunk ist, ähm, Ding jetzt, ne? Kofferraum, oder, Chad? Aber jetzt sind wir wieder da. Ich komme nicht in meinen Kofferraum. Ah, der dicke weiße Knopf. Ab ihn. Ab ihn. Okay, let's go. Alter, ich schief mit dem Hunter. Let's go. Und der Horror beginnt. Jetzt finden wir hier eine Leiche. Boah, Junge, hier sind ja richtige Schätze am Start, Leute. Ein richtiger Schatzboden. Mal schauen. Eine Porzellan statt rotieren und verstecken. Okay, Alter, das verkaufen wir alles demnächst auf Ebay. Ein Engel, er sieht aus, als ob er schläfe, doch er könnte genauso gut tot sein. Armer Kerl, das Leben hat es mit ihm nicht gut gemeint. Wie lange er wohl hier gelegen hat? Wahrscheinlich schon ein ganzes Jahrhundert. Junge, die putzt sich schon wieder die Zähne. Oh, Auge. Seine Beine sind abgebrochen. Jemand muss ihn ziemlich hart gegen etwas geschlagen haben. Moment mal, ist das Blut oder Farbe? Farbe! Wieso sollte man... Wieso sollte da Blut dran sein? Die hat, glaube ich, wirklich drei Liter Kohle oder so gesoffen, dass sie sich nochmal die Zähne putzen muss, ne? Die kriegt gerade einfach dieses eklige Gefühl von den Zähnen nicht ab. Da ist Farbe. Ich habe die Rezzy-Remakes alle gespielt, ja. Junge, Leute, also... Irgendwie... Irgendwie sind die Sounds viel zu laut, oder? Jetzt, glaube ich, zu leise. Aber die Menü-Sounds sind wieder ultra laut, oder? Das tut richtig weh, ey. Diese Menü-Sounds. Okay, wir brauchen eine Brechstange. Aha! Hab sie. Diese Brechstange könnte sich noch als nützlich erweisen. Let's go. Ach so, weil sie schwanger ist, muss sie für zwei Leute die Zähne putzen, ne? Ah, okay. Hebeleffekt. Porn-Mags. Porn-Mags! Let's go! Lümmel raus, Chat! Pergament mit verschlüsseltem Text. Ein Auszug aus den Kommentaren zum Englischen Krieg von Julius Caesar. Ich erinnere mich, den Text im Lateinunterricht gelesen zu haben. Einige Buchstaben sehen anders aus als der Rest. Okay, da sind die Zähne. Das muss mir ein verdammter Kotbrecher. Warte, ist das nicht, was ich für ein Leben mache? J gleich C. Der Untersuchungsmodus erlaubt es dir, bei einigen Gegenständen zusätzliche Aktionen durchzuführen. Das Gerät wird mir die Letters im Text geben. Ich muss die Cipher und öffnen die Box. Okay, Rätsel-Chat. Äh, J ist gleich C hieß es ja, ne? Hatten wir nicht vor kurzem so ein ähnliches Rätsel gehabt bei irgendeinem Spiel, Leute? Mir wurde heute ne Wurzel gezogen. Oh! Das klingt gut. Also so. Ich weiß nicht, wieso ich das Ding hier drehen kann. Aber ich kann es drehen. Äh, Juli, Juli, Julius passt nicht. Äh, Cäsar? Sehr. Würde rein passen. Aber wir haben doch kein Ä. Oder wie wird Cäsar im Englischen geschrieben? Ah ne, guck mal, hier ist M-H-P-O Ne, M-H-P-A-O 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 Meine Hentais publizieren Ich brauche kurz eine Brücke Mein Hund pisst auf Oma Mein Hund pisst auf Oma Mein Hund pisst auf Oma Dann gehen wir auf die Scheibe Und dann M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Mein Hund Also F F EF FA I FHI FHI FHIT FHIT Hä? Habe ich falsch gemacht? Warte, ich bin dumm. Warte, mein Hund F Ich habe hier falsch gemacht. FA Mein Hund Pisst FAI FAIT FAITH Das ist es Boah Mein Hund geht niemals ohne Schuhe wandern Ne, das ist was anderes Ein antiker Schlüssel in welcher Schloss er wohl passt Das ist ja für die, ähm, für die, für die Himmelsrichtungen Mein Hund geht niemals ohne Schuhe wandern Kapitel 2 schon direkt Wir schreiben den 27. September im Jahre Im Jahr unseres Herrn 1864 Es ist Abend, beinahe Nacht Nie zuvor hielte ich es für nötig Ein Tagebuch zu führen Jedoch sagte man mir, dass es dabei helfen könnte Meine verlorenen Erinnerungen wiederzuerlangen Das Niederschreiben meiner Gedanken Bringt zudem ein gewisses Maß an Klarheit mit sich Es hilft mir dabei Fakten von Fiktion zu trennen Okay, wie spielen wir so zwei verschiedene Timelines Es ist September 27. In the year of our Lord 1864 Evening Almost night Never before have I kept a diary But they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost Besides Writing entails a Clarity of thought Makes it easier to distinguish facts from Imagination I'm home again After 10 years Absence I'm relieved to find the house unscathed That's good It's the only roof I have over my head for now I should light some candles And take a look around Okay No trace of my father And I honestly think he would welcome me at the door He vanished a decade ago Without so much as leaving a letter The house feels strange Even though it has not changed one bit There are fears Creeping out of the darkness Whose source I cannot define But memories will come back That's what they told me Maybe then I will realize what happened to my father And what happened to me Aber der krasse Shit Laut Intro Passiert ja eigentlich auch in der Gegenwart Das heißt Der Typ, den wir in der Gegenwart spielen Der liest dieses Tagebuch Und irgendwie wird das ihn so krass Beeinflussen Dass irgendein crazy Shit da bei dem passiert Tagebuch lesen Chat Oh, Blut ist trotzdem noch schon da, okay Ich dachte, vielleicht finden wir jetzt dieselbe Statue Nur ohne Blut Und werden jetzt in der Vergangenheit herausfinden Wie da Blut dran kam Mein Vater stellte diese Figur manchmal vor seine Schlafzimmertür Er gab damit zu, verstehen Dass er nicht gestört werden wollte Ich muss meinem Vater einmal verärgert haben Denn ich erinnere mich Dass er diese Figur einmal nach mir geworfen hat Scheinbar hat sie jedoch mehr Schaden davon getragen als ich Okay, wir haben es erfahren So kam da Blut dran Okay, lass uns ein paar Kerzen anmachen Gegenstand wurde im Inventar hinzugefügt Ist auf einmal gruselige Musik Habe ich irgendwas gruseliges eingesammelt? Ich habe Petrolum eingesammelt Damit kann ich die Lampe nachfüllen Oder geht die Musik los, weil die Uhr gerade losgegangen ist Eines der Lieblingsstücke meiner Mutter Es war ein Geschenk von einem Freund der Familie Mein Vater mochte die Statue überhaupt nicht Er dachte, sie sei Symbol für etwas An das er nicht einmal denken wollte Der Partner meines Vaters, Georg Hat sie meiner Mutter geschenkt Dann spielt ihm das Schicksal übel mit Als ich noch ein Kind war Ich bekomme von ihrem Augenblick immer noch eine Gänsehaut Ist das zu dunkel für euch, Chad, oder geht? Nein Mein Vater und sein Partner einige Tage vor der Öffnung ihrer Pyrite-Mine Geht voll Jules? Jacoby Hyde und George Whitehead Nicht wegschieben Umwerfen Mein Vater hat dieses Grundstück Spott billig erworben Ein Freund von ihm Richter Nortin Hat den Vertrag unterschrieben Wodurch der Verkauf Amtlich wurde So einfach war das damals Mein Vater wusste, was unter dem Land verborgen lag Er brauchte nur einen Partner Der über die nötigen Ressourcen verfügte Um eine Mine zu errichten Dadurch lernte er Georg kennen Später baute er den Gasthof Und führte für eine Weile wirklich Hatte für eine Weile wirklich ausgesorgt Das waren die guten alten Zeiten Doch ich fürchte, sie werden nicht zurückkehren Okay Ich bin mir halt auch noch nicht sicher, in welche Richtung das gehen wird Ob das eher was Oh mein Gott Ob das was Paranormales sein wird Also dass wir gegen irgendwelche Geister Also gegen welche Uns vor irgendwelchen Geistern verstecken müssen oder so Oder Oder ob das eher was Reales ist Und Ähm Wir müssen gegen irgendeinen Typen oder so Uns verteidigen Oder generell gegen irgendeinen Kult oder sowas Also von halt von lebenden Menschen Nicht irgendwelchen Geistern Was macht die Tür für Geräusche Ich komm da gar nicht rein Oh Da liegt etwas im Weg Okay gehen wir hoch Oben erwartet Böses auf uns Das so Minen geht bestimmt wieder in Wendigo wie in Until Dawn Apropos Until Dawn Dieses Jahr kommt ein Remake, ein Remaster Das müssen wir dann eigentlich auch spielen Das wird scheiße Das wird scheiße geil Wir können wieder so einen Run machen Wo wir nur die beschissensten Entscheidungen treffen Ich weiß immer noch nicht genau Warum mein Vater anfing Diese Engel zu sammeln Ich dachte Das Engel tut was Unständiges Ähm Ne Ich denke nicht Ich dachte das Fenster war Die Fenster waren es Vögli Hey Was machst du hier? Das ist private property Der Teufel ist hier Die hat private property Okay Er hat Irgendeinen Wald gezeigt Okay wir können die Lampe mitnehmen Für Licht Dann gehen wir wohl dem Typen verfolgen Weiß nicht was er auf meinem Grünstück hier verloren hat Die Sau Mein Vater und ich vor einem Gasthof Ich war damals sieben Jahre alt Er hat mir vorgeworfen Ich würde Fratzen schneiden Und nicht gerade stehen wollen Dabei war es er Der nicht stillstehen konnte Wie man hier sieht Ich habe danach eine ordentliche Tracht Prügel kassiert Obwohl ich es gar nicht verdient hatte Stark Papa hat Aggressionsprobleme Das ist wohl das Biest inside Vom Papa Okay gehen wir raus Until Dawn ist das beste Horrorgame mit Multiple Choice Von den ganzen Spielen die die gemacht haben Super Massive Ist Until Dawn auf jeden Fall Auf jeden Fall das Coolste Where the hell did he go? Heißliche Gewalt Ja das war damals noch normal Ich glaube da wurde man noch in der Schule verprügelt Hey! Are you still here? Better take a look Da haben die dich noch in der Schule geschlagen Wenn du dich doof benommen hast Oder so House of Ashes war Was war nochmal House of Ashes? House of Ashes war das In dem Kriegsgebiet Unter der Erde da War das House of Ashes? Genau ja Das mochte ich auch Das letzte was rauskam War richtig scheiße Das letzte Dark Pictures Spiel Das war richtig scheiße Und Wie ist das andere Spiel Was nicht mehr zu Dark Pictures gehörte Aber auch so Until Dawn mäßig sein sollte Das war auch richtig scheiße Hat den Namen vergessen Das war auch richtig kacke Ich meine alle Supermassive Games sind jetzt Keine Meisterwerke und so Aber Die waren wenigstens entertaining Bis halt auf Ein paar Also Until Dawn ist halt Super entertaining Super lustig Es sollte eigentlich nicht super lustig sein Es sollte eigentlich gruselig sein Und so Aber es ist eher lustig Und das ist das Coole dran So Wer hat sich da drin eingesperrt? Auf Wiedersehen Tiefen Wahrnehmung Ha! Hier ist ja jemand Schatzkammer Ein Zeitungsausschnitt Die friedvolle Gemeinde wurde durch das schreckliche Verbrechen schwer erschüttert Der zum Gasthof gerufene stellvertretende Sheriff konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen Richter Norton galt seit einigen Wochen als vermisst Der Angreifer ging mit äußerster Brutalität vor Die Kehle des Opfers wurde aufgeschlitzt Und unzählige Schnittwunden und Verbrennungen und Verbrennungen weisen darauf hin Dass das Opfer über einen längeren Zeitraum hinweg gefoltert wurde Ja, ich hasse auch, dass der Text springt Ja, der Text springt halt, weil erst steht ja im Klammern Wird übersetzt oder sowas Und wenn das dann fertig ist, dann verschwindet dieses Klammern-Ding Und dann verschiebt sich der ganze Text Nervt mich beim Lesen Basement Wieso ist da so viel Ketchup? Nein Ja, auf geht's in den Keller, wa? Der Papa hat nur das bekommen, was er gesät hat Hat jemand wohl seinen Traubensapf verschüttet? Na, der wollte seine Dingens Der war halt dort Hat gerade so in dieser Hütte Hat gerade seine Hotdogs gemacht Und Dann ist dann das Ketchup runtergefallen Auf den Tisch Er wollte es wieder aufheben Ist dann nach vorne gekippt Aus Versehen mit einem Ellbogen drauf Das Ketchup ist hochgespritzt Auf seinen Hut Und er so Verdammt Mann, jetzt war ein Hut dreckig Hat den Hut abgelegt Die Tür abgeschlossen Damit niemand die Hotdogs klaut Und ist zurückgegangen in den Keller Um Putzmittel zu holen Für seinen Hut Und Re-Wow Dankeschön Für 23 Monate Bock auf den Spaziergang Was macht der Typ denn in meinem Haus? Entschuldigung Das Hausfriedensbruch Ist das ein fucking Zombie? Ich weiß nicht, ob der der Biest inside ist Verdammt Wer hat den Tisch Stuhl umgeworfen Wer hat die Porzellan Statue meiner Mutter umgeworfen Und wer hat die Engelstatue Die ich als Kind auf den Kopf bekommen habe Auf den Boden geworfen Die ist doch Schweine Ja, wir kommen in den Keller So kommen wir in den Keller Und ich habe die Küche gefunden By the way Wir haben ja in der Vergangenheit Die Küche nicht gefunden Ich habe sie Mein Vater war nie gut darin Seine Gefühle zu zeigen Doch wenn er einmal Wirklich unglücklich war Klammerte er sich an diesen kleinen Engel Ja doch, Gefühle konnte er zeigen Zum Beispiel Wut Wut hat er sehr gut zeigen können Indem er dich verprügelt hat Das war seine einzige Emotion Die er zeigen konnte Arschloch Oh mein Gott Junge, wie ich mich im Spiel auch Aus Versehen geduckt habe Aber cinemastisch Cinematisch Cineastisch Unterwegs im Game Was soll das hier? Wieso greift mich meine Küche an? Oh mein Gott Ich dachte Das ist eher so ein Story Game Das ist einfach mal Ein fucking Jumpscare Game Ach Mann ey Geschlossen Okay Wir können hier in den Keller Ich guess Wir haben eine Waffe gefunden Chat Junge Ich bügel dem einfach Einmal ins Gesicht Wenn er kommt Boah Tot Ja die Musik ist cool Aber die wird gerade extrem laut Aber die ist cool Ja ich mag die auch Das erste Werbeprospekt Für den Gasthof meines Vaters Er sagt zu mir Wir haben es geschafft Mein Junge Papierbogen auch starke Waffe Ja wenn ich das Ich könnte ihm halt Zwischen seinen Fingern so schneiden Mit dem Papier Und dann weint der Ey ey was Oh Ratte Alles gut Chat Ratten sind süß Die machen nichts Böses Obwohl Wann war die Pest? In welchem Jahr war die Pest? Ich kann mir gerade Kotze hoch Bei der Beschreibung Bist du anfällig dafür? Es ist viel zu still Chat Es kommt gleich ein Jumpscare Zieht die Füße hoch Jumpscare kommt Also ich habe da eine andere Moral aus Blacktail mitgenommen Mein Lulwee ist ready Wo kommt das frische Blut her? Ja der ist ja gerade Irgendein Typ hier Der die ganze Zeit Hin und Her läuft Der hat hier alles Voll geblutet Irgendeine Leiche Oder so hat er hier Langgezogen Ich komme mit meinen Füßen Nicht auf den Boden Gewonnen Junge Wie ich mir gerade vorstelle Wie du da sitzt Auf dem Stuhl Vom PC Was soll ihm helfen? Ach der Briefcase Auch wenn der Zahn Der Zahn der Zeit An ihr genagt hat Könnte er sich noch Nützlicher weisen Ja wie so ein kleines Kind Was auf dem Stuhl sitzt Und dann kommt es mit den Füßen Und dann kommt es mit den Füßen Unten nicht dran Und baumelt die ganze Zeit Okay gehen wir hoch Lachst du gerade über kleine Menschen? Nee Ich mag kleine Menschen Wie klein bist du? Oh mein Gott Du kleiner Wie Am I Delusional? Nö alles gut Hab ich auch ab und zu mal Manchmal stelle ich mir auch vor Dass irgendwelche Männer Auf mich zugelaufen kommen Glatz 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 Glatzige Männer Oh mein Was Wow Silent Hill Tentakeln Chat ist ein Tentakeln Es ist Oh Es ist euer Moment Es in den Chat zu schreiben Er ist nach oben Was will er von mir? Da steht er Die mir so Sau 1,65 Ja geht doch noch voll klar Juhu Ridi Dankeschön für 10 Euro Mann Vielen, vielen Dank Dankeschön Ich hab diese Augen Wie creepy alter Wir sind schwule Furries Nicht schwule Tentakel Ja Immer in allen Spielen Die ich spiele Wenn irgendwie nur Tentakel oder Oktopus zu sehen ist Sofort Chat Hentai Burkene Pico Hab ich recht Ist der weg Okay der ist weg Aber ich wollte ja zu meinem Koffer Meine Koffer sind weg Und hey RV ZYT Hat er ihn nach oben mitgenommen Den Koffer Ist echt nett von ihm Dass er für mich Meinen Koffer auspacken möchte Aber ich find's ein bisschen Übergriffig Hat jemand Wie das wohl heraus Und hey Schion Geht doch einfach nach rechts Hat er nicht gelernt Dass Shortcut ohne Pilz Nicht funktioniert Oder Stern Er braucht nur mal Pilz oder Stern So ein nettes Lächeln In dem alten Haus Meine Eltern In das Emma und ich Gezogen sind Schlummern mehr versteckte Geheimnisse Als ich je ahnen konnte Ich habe auf dem Dachboden Unter einem losen Brett Ein verstecktes Tagebuch gefunden Das einem Nikolas Heid gehörte Als ich es las Lief mir ein eiskalter Schauder über den Rücken Hinunter Ich weiß nicht Ob sich die Dinge In diesem Buch Wirklich zugetragen haben Oder ob es sich Nur um Hirngespinste Dieses Nikolas handelt Ja wie schon jemand Vorher im Chat geschrieben hatte Wegen Heid Wird es wohl wahrscheinlich Um Wahnsinn gehen Also Diese Dinge Die er gesehen hat Hat er wahrscheinlich Gar nicht wirklich Also die gibt es wahrscheinlich Wirklich gar nicht Der Typ ist wahnsinnig Man könnte Denken Dass er sein Haus kennt Ja er wollte Shortcut nehmen Aber Wo war das Bügeleisen Stimmt Ich habe Das Bügeleisen vergessen Ach verdammt Ich hätte es mitnehmen sollen Was spielst du Biest Inside Die Pages sind jetzt Im ganzen Haus Verteilt Und wir müssen die suchen Jetzt haben wir das gute Ending verkackt Das Bügeleisen Ending Scheiße Ja und durch das Lesen dieses Tagebuchs Wird er wahrscheinlich Auch dann wahnsinnig Er sieht Unglücklich aus Kopf hoch Mein kleiner Freund Im Gegensatz zu mir Hast du Flügel Und kannst jederzeit Einen besseren Ort fliegen Ist das so ein Typ Der wenn er heiratet Sagt Dass er Wenn Leute heiraten Dass er sagt Dass ihnen jetzt Die Flügel gestutzt sind Und sie nicht mehr fliegen können Und sie nicht mehr fliegen können Jedes Spiel sollte Irgendeinen random Gegenstand haben Der nichts macht Aber man das ganze Spiel Über mitnehmen kann Boah Könnt ihr euch noch erinnern Das ist auch schon ewig her Aber als ich einen VR-Stream gemacht hatte Mit Half-Life-Alex Und Haben wir irgendwie Ganz am Anfang Im ersten Kapitel oder so Habe ich eine Ratte gefunden Eine tote Ratte gefunden Hey Best of Game Dankeschön für die Bits Ich freu mich auch Und dann hab ich diese Ratte Also es werden wir ja geben Und dann Konntest du Sehr viele Dinge aufheben Und so weiter Und rumtragen Und dann hab ich es mir Zur Aufgabe gemacht Diese Ratte Das ganze Spiel durchzutragen Und dann hab sie dann Die ganze Zeit in einer Hand getragen Und wenn ich irgendwie schießen musste Hab ich sie kurz irgendwie abgelegt Und dann geschossen Und wieder die Ratte aufgehoben Und die ganze Zeit Diese tote Ratte mit mir geschleppt Aber wir haben sie dann leider verloren Und Venox Dankeschön Für 39 Monate Dankeschön Und hi Wir haben sie dann verloren In irgendeinem Zug oder so Wo wir dann durch die Decke gekommen sind Und ich hab sie oben liegen gelassen Die Ratte Und konnte nicht mehr wieder hoch Dann hab ich versucht Erstmal so Im Zug Diese Koffer zu stapeln Dass ich dann über die Koffer Wieder nach oben komme Und die Ratte wiederholen kann Oh Mann ey Der Rattenrun Ratten% Thema Flügler Ein Adler Der versucht hat zu fliegen Hast du versucht Einzusperren Genau das Genau das meinte ich Ich hab sie mit Emma Und eigentlich Best of Game Honey Du wirst nicht glauben Was ich gefunden habe Hey Emma Hörst du mich? Emma Ich bin dein männlicher Maskuliner Mann Wenn ich mit dir rede Dann hast du mir zu antworten Ignorierst du mich Oder was Vibe Oh hat beim Lesen getrippt Als er das Buch gelesen hat Ist er wohl komplett weggetreten Ne Das Half-Life Alex Der Half-Life-Extreme War noch Einige Zeit Vor dem VOD-Kanal Deshalb gibt's leider nicht Ja lasst du den Keller Wieder gehen Ich hab jetzt In der Gegensatz Problem Was sind wir hier Scheißproblem Fucking Weiber Mann Immer nur Meckern ey Sag doch einfach Was der Scheißproblem Wir gehen wieder hoch Frauendegger ey Was habt ihr auch nie verstanden Mann Warum ist er so toxic Ist halt Ist halt eine andere Zeit Gewesen In der Zeit hatten Frauen Noch weniger Recht Als jetzt Taschenlampe Wir finden jetzt dieselbe Lampe Die er auch hat Äh Die 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 Öllampe Oh Da ist die Achst Chat Aus dem Intro So ich pack sie hier Das ist für das Good Ending Weil wenn er wahnsinnig ist Kann er nicht hier Vernünftig balancieren Und dann fährt er die ganze Zeit runter Direkt jetzt die Frau erschlagen Speedrun Äh Taschenlampe Ich weiß nicht Ob ich irgendwas Vielleicht anpassen könnte Ach wir spielen gar nicht Auf Ultra Ich wollte gerade sagen Vielleicht irgendwas anpassen Weil jetzt Ab und zu mal ruckelt Das so kurz Ich denke mal Wenn wir auf Ultra stellen Dann klappt es besser Auch zu Aber hier Kerzen Die machen auch Licht Ah hier Das ist Wie bei Amnesia Ne Bei Amnesia war mit Seilen Ne Sie ist nicht gerade neu Doch sie sollte ihren Zweck erfüllen Sie hat Eine ziemlich starke Glühbirne Ich kann sie nicht ausrüsten Ich glaube das ist so ein Spiel Wo Taschenlampen automatisch Ausgerüstet werden Mein Subwoofer geht ab Bei den Menü-Sounds Die sind auch so scheiße Diese Menü-Sounds Nein Ach so Okay es ist leider keine Taschenlampe Danke meine Katze ist jetzt verstört Sorry Diese Taschenlampe die er hat Das ist die typische Silent Hill Taschenlampe Wir brauchen Freitags Bingo Kegi sagt Silent Hill Guck mal Jet Der Safe ist schüchtern Der ist nervös und schüchtern Der hat Angst vor uns Voll der Süße Oh hier sind die Lampen Junge Das ist ja nachträglich gebaut Da ist irgend so ein geheimer Shit Irgendwelche Leute wohnen in den Wänden Oder so Seit 100 Jahren schon Schade Schade Okay Gehen wir in die Hütte Ich jedes Mal wenn ich im Chat vorgelesen werde Loki 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 Einfach rumgekippt jetzt Das ist wirklich ein hübscher Tisch Boah Dem Stream alter Das war schon edel ne Wobei Keine Beinfreiheit Ne das wäre nicht geil Was war das gerade hinter dir Was Hinter mir ist nichts Ich will mal kurz gucken Wie sieht das aus mit Motion Blur Motion Blur ist eigentlich immer scheiße Aber vielleicht sieht das cool aus Mein Vater hat so einen für seinen Schreibtisch ist ziemlich ungemütlich aber sieht edel aus Wir gehen jetzt genau rückwärts Chat Wir waren erst im Keller Jetzt gehen wir in die Hütte Und gleich gehen wir wieder in die Hülle Wir sind derjenige der hier stand Und mit dem Finger nach dahin gezeigt hat Das ist so ein Spiel wo Die Timelines zeitgleich laufen Und er sieht etwas Er sieht mich Und stellt sich aber Aber denkt mir Ich bin irgendwie ein Geist oder so Und Jesus Christ Was geht ab? Hi Und dann schubst du in die Treppe runter Genau Ich komme einfach nur aus meinem Zimmer raus Und sehe ihn ja gar nicht Aber er sieht mich Und dann denkt er sich What the fuck Wer bist du denn zu helle Verdammt mit dir Du verdammter Dämlicher Dummbatz Und dann fällt er auch hin Mind blown Ganze Story schon gespoilert Oh doch es gibt Mögen wir What the fuck What the fucking Fuck Fucking hell What's going on you Fucking Fuck Damn Shit Quantum localizer Für mich ergibt das Nicht all zu viel Sinn Aber ich vertraue darauf Dass der Autor weiß Wovon er schreibt Ah Erlaubt eine detaillierte Analyse Der kinetischen Energie Die in sogenannten Quantenspuren gespeichert ist Der Benutzer ist dadurch In der Lage Silhouetten von Menschen Oder anderen Lebenden und Organismen Zu identifizieren Deren Anwesenheit In der Vergangenheit Oder in einem bestimmten Fragment des Raums Zeitkontinuums Erkennbare Glaster Von Wellen und Partikeln Lunge was Ich hab's predigt Die Story wird wirklich Darum gehen Das Gerät Das mit zwei Hochempfindlichen Sensoren Ausgestattet Das kann sowohl Elektromagnetische Spuren Als auch Quantenspuren Nachweisen Elektromagnetischer Sensor Dank einer speziellen Integrierten Spule Und diesem Hochempfindlichen Sensor Ist der Lokalisierer In der Lage Metallgegenstände In einer Entfernung Von bis zu zwölf Metern Mit einer Genauigkeit Von 0,01 Zentimeter Aufzuspielen Mithilfe innovativer Technologien Kann das Gerät Außerdem Quantenspuren Von lebenden Organismen Nachweisen VLF Display Ein Bildschirm Der es dem Benutzer Ermöglicht Größere Ansammlungen Von Quantenwolken Zu lokalisieren Impulsgenerator Löst einen Impuls Aus dessen Echo Danach von den Sensoren Erfasst wird Ermöglicht dem Benutzer Metallgegenstände Und Anomalien Zu erorten Quantenscanner Ermöglicht die Stabilisierung Von Quantenwolken Und die Identifizierung Von Anomalien Die Interferenzen Auslösen können Name Quantenlokalisierer Sensor Okay, okay Ja Quantenchat Kegi liegt richtig Check Ich hab's einfach Predicted Und Kederschmieder Hi, was glaubt Mit dem Lokalisierer Können sogenannte Quantenspuren Aufgespürt Analysiert werden Was es ermöglicht Fragmente von Geschehnissen In der Vergangenheit Wahrzunehmen Darunter den präzisen Standort von Personen Und deren Aktivitäten Ich hatte nie die Möglichkeit Ihn einmal Im Einsatz zu verwenden Doch uns wurde Befohlen Ihn Für den Fall Der Fälle Immer dabei zu haben Ich hätte viel lieber Eine Waffe Als noch mehr Merkwürdigen Schnickschnack Von den Eierköpfen In der CIA Okay, CIA Wie benutze ich Das Moped jetzt? Kann ich nicht Äh, was mach ich Hier eigentlich Ach ja, Sicherung Ne? Wir brauchen Eine Sicherung Soll ich jetzt Mit dem Quanten Ding die Sicherung Suchen Oder was Quantenlokalisierer Zeitreisensicherung Was auch immer Ich mag Zeitreisen Plot Bin ich Fan von Das ist ja jetzt Keine richtige Zeitreise Wir reisen ja Nicht durch die Zeit Wir gucken uns Nur was In anderen Zeiten An Ja, ich guess Wir gehen wieder zurück Oh mein Gott Jesus Emma, du schaffst Die Scheibe Mann, Emma Fick dich Okay, du kannst die Tür öffnen Das ist ein scheiß Problem, Emma Emma? Honey? Was macht das Zapfwoofer Jetzt, Chris? Ich hab Steinskates schon gesehen Drücke X Um das Gerät Auszurüsten Der Lokalisierer Erlaubt es dir Spuren von Elektromagnetischen Energie und Quantenenergie Aufzuspüren Die Symbol Zeigt an Dass du dich In der Nähe Eine Quantenwolke Befindest Gibt's das wirklich, Chad? Die Entfernung Zu einer Quantenwolke Wird in Prozenten Angezeigt Die grünen Linien Geben An in welcher Richtung Eine Quantenwolke Zu finden Ist der Lokalisierer Gibt einen kurzen Ton von sich Sobald er Die nächstgelegene Quantenwolke Findet Ach, da unten Sind die Prozente Okay Boah, dann Lass uns mal Ein paar Quantenwolken Suchen, wa? Was ist euer Lieblingswort Was mit Quanten Anfängt? Ich sollte Die Lokalisierer Die grüne Linie An der Mitte Der Schrein Zeigen die Richtung Und die Nummern Die Distanz Zu der nahen Cloud Quantenbeschleuniger Quantenverschränkung Brotquanten Quantenphysik Physik Quantensprung Quantenliebe Käsequanten Boah, jetzt hab ich Lust Auf Quesequanten Ich hab Hunger Shit Das ist ja ein cooles Gerät Jo, der Puls Fuse ist missing Some clothes are lying All covered in blood And a trace of a person Near the shed It's all looking very strange Maybe it's all about the stress On the other hand I have to be certain That we're safe Wo war die nochmal? Hier, ne? Chat, ist das Ist das moralisch verwerflich? Wenn ich Auf ihren Arsch Oder auf seinen Arsch Glotze? Weil der ist ja eigentlich Schon tot Und das ist ja Nur eine Quantenwolke Er ist ja nicht wirklich da Das geht klar, oder? Nee, nee Ist ja kein Nikrophil Ist ja keine Leiche Ist ja eine Quantenwolke Zeig mal Emma Die Prozente steigen nicht mehr Da ist eine Bridge Da ist eine Bridge Wenn ich das richtig verstanden habe Ist dann, wenn bei diesem Gerät Das Grüne quasi komplett Umrandet ist Dann heißt das Das ist die Richtung Muss ich laufen Aber das scheinen halt die Prozente nicht Oh, jetzt doch Okay Aufgrund ihrer Natur sind Quantenwolken instabil Und Anomalien stören Ihre Lesbarkeit Du musst also zunächst Alle Anomalien in deiner Umgebung finden Und sie zerstören Um es dir leichter zu machen Verwende Rechte Maustaste Okay, ich hab gar nicht erwartet Dass das Spiel so ein Gameplay haben wird Okay, das ist ja wild Wer stört hier meinen Puls? Du! Das ist ein fliegender Fisch Du kannst Anomalien zerstören Indem du mit deinem Gerät Eine IMP-Ladung abfeuerst Dann lass danach los Um eine IMP-Ladung abzufeuern Die hervorgehobenen Bereiche Auf dem Bildschirm des Lokalisierers Geben an, wie viele Anomalien zerstört Oh, okay Kehre zu kehren Okay, wild Ein Seil Ich sollte hier ein Seil versteckt Warum arbeitet ein Code-Knacker Eigentlich mit einem Quantengerät Ja, weil manche Codes Sind halt nur auf Quantenebene lesbar Der löst halt die ganz großen Codes Nicht nur die Amateuren-Scheiße Ah, jetzt haben wir einen Greifer Okay, einfach Stark Wir haben Greifhaken Ja, äh, ein Wolf, der einen Hirsch gerissen hat Quanten-Greifhaken Quanten-Greifhaken, bitte Okay Sorry Du musst nicht encoden, wenn du einfach dir den Text anschaust Als er noch nicht decoded war Easy Aber für manche Codes musst du halt in die Quanten rein Ich komme hier nicht durch Äh, ja, wir haben eigentlich eine Sicherung gesucht Aber wir machen eine kleine Detour Äh, ich brauche, I guess, eine Brechstange oder so Aber ich habe keine Er sagt auch nichts Ah, hier Hallo, wieso steckt das weg? Steckt doch nicht weg Was Großes hier durchgezogen Ja, halt wirklich Emma rast gleich wirklich aus Die wartet die ganze Zeit Emma wartet die ganze, dass der Typ endlich kommt Ah, so wüs Jo, Maschine Mit einer Hand einfach Nein, nein, schau mal Damit kann man Quantenwolken aus der Vergangenheit sehen Ja, ich glaube Sie raucht gerade so sehr vor Wut Dass bei ihr gerade eine Quantenwolke aufsteigt Irgendwie muss man ja eine Woche rumkriegen Bevor alle abgeschlachtet werden, ja Vielleicht solltest du auch mal Du Derjenige, der bei der CIA wohl irgendwie arbeitet Sollte vielleicht Maybe An dem Punkt Irgendwie Um Polizei Irgendwie so Klosiert Jumpscare kommt, Chat Drei, zwei, eins Da hängt denn jemand Ne, ist ein Pferd Oder ein Wildschwein Irgendein Tier hängt da Digga, mach doch den Knoten einfach ab Junge, der reißt Bretter auseinander Wie eine Bestie Aber ein Kabel Äh, ein Kabel Seil Nee, nee, nee Ich hätte jetzt eigentlich von ihm erwartet, dass er das Kabel durchbeißt Genau so Kann man sich da hochziehen Nee Ah Alter Jump and Run Anomalien sind hier Da oben Was, Trevor? Da oben Was soll ich überhaupt darstellen? Irgendwas fliegender Irgendwas fliegender Irgendwas fliegender Fisch oder so Irgendwas hier versteckt, die Sau Die Mordwaffe Aha Das Messer aus dem Intro, Chat Das Messer aus dem Intro Boah jo, es peitscht einfach Das Spiel bisher ist ganz cool Ich hab schon zweimal geschrien Wie so ein Trottel Erst sauber machen Nee, nee Beim Schneiden des Seils wird's sauber Hose nass? Ananas Ah, da oben Guter Wurf Bitte Lass mal sich selbst mit der Leiter erschlagen Game over Das ist ne Hörsch Dieser Jäger Dieser Jäger, der Das Ding da gejagt hat Das Ding, äh Den Hirsch da gejagt hat Der hat das Ding Mit nem Normalen Messer Erjagt Was ist das denn für ein Freak? Da ist ne Bombe drin Da ist gleich ne Bombe drin Lässt man nicht hier schon so ausbluten? Ja, aber beim Ausbluten Legst du denn nicht irgendwie ne Mine da rein, oder? Ich hab kein Fusing Kit dabei Ähm Achso, ich brauch wahrscheinlich wieder ne Kiste Ja, das Ding so ne krasse Falle für den Typen Äh, war John Cena Bambi hat den, äh, nicht kommen sehen Ah Tee, tee, tee Und so Ich bin ein Mann Ich muss jetzt ne Frau auf den Arsch schlagen, Alter Ich bin so geil Sonst irgendwas Interessantes? Ne, ne? Boah, jetzt ne Frau anschreien Etwas, ne? Ist ein Vibe Halbe Stunde AFK gewesen Und ich raff nichts mehr Ich will nur Fragen erst, stell Wie so ne Peitsche, Alter Wann kommt eigentlich dein Onlyfans-Kanal? Äh, momentan noch nicht, ne Momentan läuft's noch Ganz Ganz passabel Dass ich meine Miete zahlen kann Wenn's schwieriger wird, dann Hol ich Pimmel raus Mina? Er verliert jetzt seinen Arm Oh, das ist sick This is sick I'm gonna puke, motherfucker Junge, wie tief hat das Ding da reingeschoben Das ist keine Mine Was ist das? Das ist der Das ist die Sicherung Sowjets Oh, sind die hier hin Sind die hier hin gezogen Um, weil sie quasi auch Irgendwie Auf der Flucht sind oder so? Also, dass die Die haben gedient Also, der Typ hat hier gedient Er hat wohl irgendwie Beim CIA gearbeitet oder so War wohl bei irgendeinem Großen Fall dabei oder so Und dass der dann irgendwie Hier hin verschoben wurde oder so Damit er hier in Ruhe Seine Arbeit machen kann Ohne irgendwie verfolgt zu werden Und jetzt hat er Angst Dass die Sowjets ihn gefunden haben Aber ja, wir haben unsere Sicherung gefunden Ja, ich brauch dringend Eine Schrotflinte Meine Meinung zu der Kegi Ist ein geiler Typ Die haben einen Hirsch getötet Um mal ein Zeichen zu setzen Ja, eben Angst zu machen So von wegen Als nächstes hängt deine Frau da Deine Meinung zu Mord Guter Typ Ich erinnere mich In der Zeit Einige schrotte Kinder In der Region Sprechte mit dem Ökult Aber ich glaube nicht Das könnte haben Es hätte nicht Besonders das Inhalte Das Gerät war Inhalte Das war in der Es sah auf Militär Great Aber sicherlich Die Lokale Die neue Nachbarn fühlen willkommen Ich hoffe Sie haben uns nicht Für die Türkei Auf der Freitag Ich kenne so Schimtex Digi Oh mein Gott Wir machen Q&A Machen wir mal montags Heute ist kein Q&A Aber ja Ich kenne ihn Geiler Typ Deine Meinung zu mir Du bist ein Freak Wie geht es eigentlich Emma Guck mal Emma Ich habe hier so ein Gerät gefunden Emma Emma wo bist du Emma Gehen wir erstmal In den Keller Reparieren das Licht Emma ist eine Anomalie So ich hoffe Die Das Vibe Gib jetzt endlich Ruhe Lässt mich in Ruhe Arbeiten Alter Frauen Hey Ich habe gesagt Lässt mich in Ruhe Tadah Der Jamska ist glaube ich Inspiriert von Resident Evil 7 Er hat mich nicht sicher Für mich mit Magik Woher starten wir Wo heißt sie Mia Wie heißt sie Maya Mia Wo die dann auch so Durch so einen Gang Während Ethan aus der Tür rauskommt Springt sie so kurz raus Hey Ethan Und ihn an der Hand greift Drei Ich muss wirklich Ich muss dir wirklich Was der Doktor sagte Das ist Das ist Das ist Das ist Die Referenz Ja Bauch ist noch nicht da Da kann man noch arbeiten Machst du gut Weitermachen Ich gehe ein Bier trinken Und meinen Rosenstall Aufmachen Die Wand ist so schlecht gestrichen Ja Sie ist schwanger Okay Wenn ich nicht helfen kann Ich werde dich mit Fragen Haben sie dich aus der Arbeit Noch nie Und du hast ihnen unsere neue Nummer Honey Es ist die Regierung Sie wissen sogar den Angeln du bist auf deinem Kopf Gibt es mir die Verstehend Habt ihr gedacht About doing Something Other than You know Kryptanalysis I mean Before You joined The CIA Like What Like Something That doesn't Come With Being Responsible For Millions Of Lives Some Job Without All The Spies Agents Double Agents Larking Behind Your Back Without The Constant Feeling That You Can't Trust Anyone Um Not Really Besides I can Trust You Right Er ist Ein Geheimagent Leute Bei der CIA What Are you Staring At Can You Move That Piece Of Furniture There Something Behind It Hübscher mann Sie kommen zu uns in unseren Tränen und sagen uns alles zu sagen. Ich würde dich erst hängen. Okay, okay. Okay, Ansage. Sorry buddy, you're going to the basement. That's the proper place for gentlemen from the previous century. Meow, what's going on, Biakko? Shit, it's probably from the office. What's going on from here? In the bedroom? It's somewhere in America. I don't know where. In the near of Boston or so, I think. I think because they went with the car from Boston here. Hello? It's David. So, this is it boss. This is the moment when you start to rush me and I start to sweat. I don't want to press you too much, but I haven't heard from you for a week now. So I thought, maybe he was killed by bears or wolves. I better call him. Cause you're stuck in the middle of nowhere, right? Yeah, I'm stuck in every possible way. You're not the only one. Three quarters of the team were assigned to work on the Russian woodpecker. And on top of that, Harold has vanished. Harold? The one who intercepted the telegrams? What happened? I don't know. Stress. He's been paranoid lately. Seeing Soviets everywhere. Either he went nuts and did something stupid, or those Soviets did get him after all. Fuck. On our soil? Well, they could be anywhere. And I don't want to think he's playing both sides. To make it even worse, Bill and Mildred will shut down the project if we don't make a breakthrough in the next few weeks. I've got the documents from Janice with me. I'll get down to work. Good luck. And give my regards to your wife. I'll call you in a few days. And there goes my vacation. The cypher machine is in the office. I've wasted enough time already. I can't see that, Chad. If you're focusing on something very very much so, that you don't understand, what happened. Irgendwie habe ich keine Ahnung, was gerade beim Telefonat besprochen wurde. Was hat er gesagt? Die Russen sind da. Ach du Scheiße. Ich 0,5 Sekunden in jeder Unterhaltung. Was hat er gesagt? Träumt er das jetzt? Ich checke es nicht. Der hat einfach nur ein Nickerchen gemacht. Sein Kollege wurde gekillt oder so. Einer ist verschwunden. Es ging nur ein Code der Russen, dass Kollegen, die vom Code wussten, verschwunden sind. Und jetzt soll ich... Ah, guck mal hier, Chat. Oh mein Gott. Die Chiffriermaschine ist im Büro. Ich habe bereits genug Zeit verschwendet. Okay. Wir müssen unseren Job anfangen. Der Teppich. Ich dachte, der ist... Boah, was ist ein scheiß Teppich. Ein Nickerchen gemacht und danach ist das ganze Haus gestrichen und eingerichtet. Stimmt, du hast recht. Ja okay, gut, vielleicht ist es nicht ein Nickerchen. Das stand doch gerade in einem Sideskip, oder? Stand doch nicht gerade irgendwie einen Tag später oder so? Aber für einen Tag wäre das auch voll viel, ne? Ein Nickerchen später. Ja, die Frau hat hier viel gemacht, ey. Sie sieht so alt aus. Man könnte meinen, mein Gott... Meinen Gott selbst hätte sie geraucht, nachdem er die Welt erschaffen hat. Ah, okay. Der Typ am Telefon meinte, er hätte seit einer Woche nichts mehr gehört. Ja, aber wir sind ja... Das Spiel spielt ja innerhalb einer Woche. Eine Woche hat, dachte ich, hat er zumindest am Telefon gesagt. Aber... Also ist jetzt schon der Tag, an dem jetzt alles passiert? Wenn jetzt eine Woche vergangen ist? Verdammt, ich kann immer noch den Tabakduft riechen. Eklig. Ich bin so froh, dass ich mit dem Rauchen aufgehört habe. In meinem Büro rauchen alle und fallen um wie die Fliegen, sobald sie 40 geworden sind. Die Sowjets müssen dafür nicht einmal die streng geheimen Waffen einsetzen. Halt die Fresse. Das stand ein paar Tage später. Okay, gut. Das ist nur die Woche noch nicht vorbei. Das Spiel spielt ja alles innerhalb einer Woche, ne? Das Spiel spielt ja immer nicht das Büro. Biakko! Der Junge hat Hunger. Haftet der Tabakgeruch so lange an Dingen? Kann mir gut vorstellen, dass er schon ein bisschen länger da ist, ja. Aber wir wissen ja auch nicht, wie lange das Haus hier leer steht. Vor allem, vielleicht ist da sogar noch ein bisschen Tabakreste drin. Also da liegt das. Hier sind noch Kippen und so. Junge, ich dachte, der... Die wollen es immer richtig schwer machen, aufzuhören. Oh, Taschenlampe. Darf ich nicht haben. Ich bin eigentlich Tabak. Das ist auch nicht mein Büro, oder? Doch, das ist mein Büro. Ist das nicht mein Büro? Oder ist das das Büro meiner Frau? Ne, guck mal hier. Nein, wo? Ist das doch mein Büro, oder? Ja. 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 Was ist denn eine Schiffriermaschine? Ja, er raucht nicht. Vielleicht raucht er seine Frau? Aber sie ist schwanger, ne? Ich... Ach Mann, ey. Chat. Ich wollte darauf hinaus, wie sieht das Ding aus? Ich habe keine Ahnung, wie so ein Ding aussieht. Ob das eher so ein kleines Ding ist wie das hier? Ob das jetzt irgendwie ein riesiges Ding ist oder so, was im Schrank stehen muss? Ich habe keine Ahnung, wie so ein Ding aussieht. Ich habe keine Ahnung, wie so ein Ding aussieht. Woaa!!! Cha Ich habe keine Ahnung, wie das Ding aussieht. Oh, vielleicht hier drin? Ja, das hier sieht halt aus wie Büro und dann halt seine Pinnwand und so, deshalb dachte ich mir, ich meine ja, das Bett ist ein bisschen weird, aber vielleicht halt ein Nickerchen bei der Arbeit, ne? Birko! Scht! Scht! Leise! Das ist definitiv nicht das Büro, da ist auch zu. Vielleicht arbeitet er auf dem Dachboden. Ich glaube, wir müssen eine kurze Pause machen, Chat, ich muss Biako füttern. Hier ist das Büro! Ja, Shiva kriegt auch was zu essen, aber... Vielleicht unten? Hey, Susi! Ah! Büro! Ein schickes Büro! Hui! Um mehr über die berühmtesten internationalen Kryptoanalysten zu erfahren, müssen sie zuerst die Grundlagen des Code-Knackens meistern. Sind sie in der Lage, sämtliche Namen zu entschlüsseln, die wir hier versteckt haben? Verschiedene Zahlen stehen zu verschiedenen Personen. Nutzen sie Cäsars Scheibe und lernen sie Genies der Kryptographie kennen, die den Lauf der Geschichte unzählige Male nachhaltig verändert haben. Äh... Sind sie der Herausforderung gewachsen? Ne. Das ist ein Schiffriergerät. Die Schiffriergerät. Ah, still warm. Emma weiß, wie ich mich an meinen Becken bringen. Also, wie kann ich das machen? Erstmal schauen wir uns das Handeln an. Öffnen die Kabel und die Zylinder. Easy! Öffnen Sie die Abdeckung an der Oberseite, indem Sie auf den Griff auf der rechten Seite drücken. Legen Sie danach die Zylinder mit den römischen Zahlen wie folgt in die Steckplätze. Digga, was ist das? Schließen Sie die Abdeckung. Stellen Sie die im Fenster angezeigten Zeilen von links nach oben rechts auf den... den Rätsel in dem Spiel haben mich damals gebrochen. Echt so schlimm? Indem Sie auf den Griff an der rechten Seite drücken. Wo ist hier ein Griff? Wird er mich verarschen? Ja. Oder ist das schon offen? Ah, okay. Ich muss oben anklicken. Okay, jetzt müssen wir kurz nochmal lesen. Legen Sie danach die Zylinder mit den römischen Zahlen wie folgt in die Steckplätze. 2, Position 1, 4, Position 2, 5, Position 3, okay. 2, 4, 5, 2, 4, 5, 8. Okay, the first part's done. Now it's time to set the cogs. Und stellen Sie im Fenster angezeigten Zeilen von links nach rechts auf die folgende Position. 2, 14, 6, 22. 2, 14, 6, 22. Pia Kolda. Pia Kolda. Now for the last step. The wires at the bottom. The wires at the bottom. Öffnen Sie die Abdeckung an der Unterkante des Geräts. Stecken Sie die Kabel hinter der Abdeckung in die folgende Position. Avg. Avg. Czrt. Avg. Czrt. Now I just have to plug that in using the right order. Boah, Junge! Bitte! Pia Kolda. Pia Kolda. Pia Kolda. That's it. Now I just need to enter the password. Pia Kolda. Pia Kolda. Pia Kolda. Pia Kolda. Pia Kolda. Pia Kolda. I have to be careful. If I click the wrong letters, I'll have to reset the cogs. ich finde das pb pf erscheinen dankeschön für die zwei subs vielen vielen dank dankeschön oder schön schön wahrscheinlich dankeschön vielen vielen dank darüber gibt es sogar einen film wie die versuchen die enigma von den deutschen u-boot zu klauen das ding war damals übelst mächtig das boot das zweite bitte okay schein ich war ein schön alter äh steam key steam key hat schon eingelöst was das für ein game es gibt auf jeden fall einen film das heißt das boot und dann geht es ja auch irgendwie darum dass die dann irgendwas in dem u-boot klauen wollten oder so ich glaube so hieß der film v03 st haben wir irgendwo eine 03 da ist ein 03 aber in der reihe gibt es kein st gibt es irgendwo ein st da ist ein st hier ist auch eine 03 und hier ist auch eine v v03 st haben wir in der reihe gibt es noch eine reihe wo das theoretisch zutreffen könnte st hier gibt es kein 03 geht theoretisch die reihe 17 das würde dazu treffen was sagt mir jetzt die 17 das boot ist ein deutscher film frage mich etwas leichteres ich meine haben wir hier eine 17 dann habe ich fünftest aber ja was ist st wofür steht ein st das erste sollte die reihenfolge der rätsel zahnräder seiner gess das zweite dann ach so da das meinst du 1475 so meinst du das 1 4 steckt glaube ich gerade 7 4 steckt 5 steckt auch eigentlich da steht gar keine mehr drin 1 475 so oh mein gott so jetzt habe ich richtig was machst du da die zahnräder reinstecken 0 5 19 0 3 10 19 3 10 ich kann mich nicht konzentrieren nein nicht aufmachen so und jetzt st gz xo bitte hör auf das ding aufzumachen st gz xo gz steckt schon drin und dann xo so so wir haben es und jetzt tippe ich den schild ein x g t d t j trust x l digga ich bin schon fertig was redet er da mann k 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 9.30 Uhr. Okay, hier wir gehen. Still nothing. Fuck. Fuck. Okay. Kennst du das Spiel Tuk Tuki? Tuk Tuki mal Druck. Der Schlager der Wucht, ja. Der schlagerte Wucht, ja. Fuck. Das sieht aus wie unser Haus. Die Verkunfts-Troche wurde geschlosset. Den Zettel kennen wir doch schon. Oh, jetzt geht's wieder in die Vergangenheit. Jetzt kommt wieder der Horror-Part. Gegenwart ist, glaube ich, immer eher Rätsel und Vergangenheit ist immer eher Horror. Ich verspüre Schmerzen. Punkt. Fertig. Was bedeutet, dass ich noch am Leben bin? Verdammt, ich hätte mir fast das Genick gebrochen. Er hat mich überrascht. Ich war überhaupt nicht auf so etwas vorbereitet. Aus nächster Nähe hatte er etwas Unmenschliches an sich. Als er sich auf mich stürzte, fühlte ich, wie sich plötzlich von unerträglichen Schmerzen übermannt wurde. Ich habe etwas derartiges noch nie erlebt. Sein Blick glich dem eines misshandelten Tieres. Diese Verzweiflung in seinen Augen. Ich war so überwältigt von seinem Anblick, dass ich mich nicht bewegen konnte. Ich wollte schreien. Doch mir war, als hätte man mir meine Stimmbänder herausgerissen. Wer zum Teufel war er? Warum war er im Schlafzimmer meines Vaters? Ja, wir spielen zwei Timelines. Eine in 1860 und eine in 1970 oder so. Also der Typ in 1970 findet Tagebucheinträge von einem Typen. Von einem Typen aus 1860. Was macht ihr in unserem Haus? Ist er derjenige, der für meine Vater verabschiedet ist? Was ist, wenn sie in dem Schlafzimmer sind? Nein. Ich würde lieber nicht denken, welches Blut das war. Ja, Digga, was weiß ich, wo mein Vater schläft? Ich glaube, er hat keine gute Beziehung zu seinem Vater gehabt. Sie haben gesagt, das passiert nicht wieder. Sie haben gesagt, das passiert nicht wieder. Sie haben gesagt, das passiert nicht wieder. Mein Vater war immer wie besessen von Pünktlichkeit und Ordnung. Ich habe mich oft gefragt, warum er sich die Mühe gemacht hat, eine Familie zu gründen, da wir laut ihm nur Unordnung und Verzögerung verursacht haben. Junge, das ist einfach der Hase aus Alice in Wonderland. Ich weiß nicht, wer ML sein soll, aber ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem ich den Tisch angerempelt habe und die Uhr auf den Boden fiel. Ah, viel. Mein Vater blieb wie angewurzelt stehen. Ich hatte erwartet, eine ordentliche Tracht Prügel zu erhalten. Aber er sammelte einfach nur mit zitternden Händen die einzelnen Metallteile der Uhr ein und begab sich ins Schlafzimmer, wo er den Rest des Tages erfolglos versuchte, sie zu reparieren. Ich hasse, wenn der Text springt. Die Uhr funktioniert danach nie wieder, aber mein Vater hat sie nie weggeworfen. Er versuchte immer wieder, sie zum Laufen zu bringen. Es ist ihm jedoch nie gelungen. Wirst du das Ding komplett durchspielen? Ja, ja. Also nicht heute. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche Freitag weitermachen, aber ja, nicht heute. Wer ist Maria? Warum ging es hier? Welche Entschädigung, wofür? Du dreckiger Geizhals. Ist dir das Leben eines Mannes gar nichts wert? Ich habe nicht nach 500 oder 1000 Dollar gefragt, sondern nur nach einer kleinen Entschädigung. Aber du bist dir zu schade, mir selbst einen lumpigen Penny zu geben. Und das, nachdem mein Mann sein Leben für dich gelassen hat. So einfach wirst du mich nicht los. Darauf kannst du Gift nehmen, Maria. Okay, wahrscheinlich... Sein Vater hat irgendeine Miene gehabt. Püritmiene oder so. Und wahrscheinlich ist dort der Mann gestorben. Vielleicht einige Leute dort gestorben und er zu Drohungen bekommen. Mit Vätern, die Ordnungszwang hängen, kenne ich mich aus. War dein Vater so ein Kontrollfreak? Oder besser gesagt ist. Okay. Rein da. Gleich bricht der Boden doch ein, oder? Der Boden bricht gleich so ein. Jett, Füße hoch! Jett, Füße hoch! Jumscare kommt! Sucht euch einen Partner und haltet ihn an der Hand fest. Zusammen seid ihr stark! Was ist die, 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 die? Alles gut, Chad. Aber das ist der sogenannte Bait. Das ist der sogenannte Bait, den kennt man in jedem Horrorfilm, in jedem Horrorspiel kommt der vor. Dieser typische Rattenbait. Man hört irgendwelche Geräusche und dann horcht man danach und dann kommen nur Ratten. Und dann, oh Mann, es waren nur Ratten. Kommt ein richtiger Jumpscare. Also. Die sehen schon die Glatze da hinten. Könnt ihr das überhaupt im Stream schon sehen? Ey, wieso bin ich zusammengezuckt? Ich habe ihn doch gesehen. Ich wusste, dass das gleich kommt. Wieso bin ich zusammengezuckt? Ich fühle mich, dass dieses Haus mich versucht, zu töten. Skill-Issue also. Ich kann mich noch erinnern, wie aufgebracht mein Vater nach dem Unfall war. Als er herausfand, was George zugestoßen war, war er von Panik erfüllt. Okay, es gab wirklich einen Unfall in der Mine. Freitag, 18. Oktober 1850. Grubenunglück. Bei einer Explosion in der Caroline-Mine, Backstone-New Hampshire, kamen drei Bergarbeiter ums Leben. Laut Zeugenaussagen konnte die Erschütterungen selbst eine halbe Meile von der Mine entfernt wahrgenommen werden. Der Knall der Explosion wurde sogar in Gebäuden gehört, deren Fenster geschlossen waren. Es ist noch nichts über die Ursache der Explosion bekannt oder über, ob sie hätte verhindern werden können. Unsere Reporter vor Ort versuchte, erfolglos die beiden Eigentümer der Mine zu kontaktieren. George Whitehead war nicht erreichbar und Jacob Hyde weigerte sich, eine Stellungnahme abzugeben. Sobald neue Details zu diesem Unglück ans Licht kommen, werden wir unsere Leser hierfür informieren. Nee, momentan keine Bingos freitags. Wir machen eine Bingo-Pause. Uuuuh! Ich kann meinen Wahnsinn bekämpfen mit deinem Revolver. Das wird definitiv nicht schief gehen. Und Dietrich sagt... Das wird definitiv nicht schief gehen. Weg damit. Ja, ich will auch nicht, dass der Bingo-Freitags Standard ist. Wenn wir anders ab und zu mal, aber nicht immer. Okay, ich lese den Guide, okay? Bewegt den Dietrich mit der Maus unter einem der Zylinder und anschließend nach oben und unten den Zylinder anzuheben? Sobald der Zylinder über der Sucher-Linie, äh, Share-Linie ist, blockieren mit linker Maustaste. Okay. Hallo! Hallo! Das war's. Hey, es ist mal kein Lockpicking, was genau so 1 zu 1 übernommen wurde aus Skyrim. Normalerweise, wenn es Lockpicking in Spielen gibt, Lockpicking-Minigame gibt, dann ist es immer Skyrim. Wie fühle ich denn den Scheiß hier auf? Wie macht Skyrim? Ja, dass du so die reinsteckst und dann drehst du und dann klickst du und dann kriegst du ein Cue, dass du weiterdrehen musst in die richtige Richtung. Und es ist schwierig zu erklären. Ich spiele Skyrim. Das ist das beste Spiel aller Zeiten. Okay, wir gehen wieder in den Keller. Ja, oder halt Oblivion. Halt Elder Scrolls halt. Hui, grüß dich! Dieser glatzköpfige Typ, ne? Er hat irgendeine mentale Erkrankung. Ach, du meinst, das hier ist aus Oblivion. Ach so, ich dachte, du meinst, meine Beschreibung ist aus Oblivion. Ah, so meinst du das. Okay, dann haben sie es doch geklaut von Elder Scrolls. Wollte einmal das Spiel loben. Wieso sind die Männer in dem Spiel so mächtig? Ich weiß nicht, vielleicht könnte ich so ein Brett auch rausreißen. Er reißt es ja nicht raus, sondern er bricht es ja ab. Ist das, ist das Papa? Papa geht's gar nicht gut, ne? Das kann nicht real sein. Scheiße, ich kann hier nicht passen. Es muss noch einen anderen Weg sein. Aber wieso hat der Typ ihm eigentlich nichts getan? Wir sind ja beim letzten, beim letzten Kapitel ist er ja runtergefallen vom Geländer. Und dann hat er ihm nichts getan. Oh, Shit! Der Typ, den er hier sieht, das er verfolgt und den auch seinen Vater gerade zusammengeschlagen hat, das ist wahrscheinlich wir selbst oder so. Das ist ja Biest in Zeit. Wir sind das Biest. Das ist das Biest. Norton. Wait a minute. Es ist ihm. Es war das Biest. Das war das Biest. Wie ist das möglich? Und das andere? Das hat. Okay, das war nicht der Vater. Das war der Judge. Einen anderen Weg gefunden, I guess, ja. Also wenn das wirklich irgendwie in die Richtung geht, dass er das eigentlich gemacht hat, und der dreht ja momentan irgendwie ein bisschen durch, also vielleicht macht er das ja wirklich, wenn nicht, dann I guess es ist irgendjemand, der halt auf Rache aus ist, weil die drei Leute gestorben sind und die zweijenigen, die zwei, denen halt die Mine gehört, die wollen den Opfern der Familie, der Opfer halt kein Geld geben. Und der Typ läuft jetzt rum und rächt sich. Rächt sich jetzt bei dem Richter, weil er wahrscheinlich dann gekauft ist oder so. Und wird sich auch noch bei seinem Vater rächen. Und vielleicht sogar auch bei ihm. Akkubel. Metal-Rod. Metal-Mammon, Digga. Grubbeln. Junge, was für eine Tür hier im Keller. Unter dem Haus. Was hat der Vater überhaupt hier unten gebaut, Junge? Wieso braucht er denn den Shit? Muss ich jetzt echt jedes Mal ins Menü gehen, um meine Lampe aufzuladen? Muss ich das jedes Mal so machen? Das ist ja mega lästig. Und eine Ampulle reicht nicht aus, um die Lampe komplett aufzufüllen. Der Judge ist stark blut. Er will Hilfe suchen. Einfach mal leuchtet das Blut. Alien-Blut. Vielleicht er die Eisentür aufmacht. Der ist ja mächtig. Hast du gesehen, wie er die Bretter auseinanderreißt? Das ist kein Problem für den. Junge, dieses Pferd. Ich dachte kurz, da steht wieder jemand. Bluttrail. Ich kann es um ihn zu schrauben. Die sind rausgegangen. Norden, schmorten! Entwickler haben laut Google ihre Inspirationen aus Resident Evil 7, Amnesia und Firewatch. Zum Glück wird man in einem Game nicht wahnsinnig, wenn die Lampe ausgeht. Und die Dunkelheit kommt wie in Amnesia. Aber der Minecrafter ist je nicht mehr weit entfernt vom Wahnsinn. Also den Wahnsinn haben sie halt auch quasi mit reingenommen, aber der hat keinen Einfluss. Der ist kein Gameplay-Element hier, sondern einfach Story-Element der Wahnsinn. Den Resident Evil 7-Vergleich habe ich ja vorhin auch gebracht, weil ein Jump-Scare kam, der sehr an Resident Evil 7 erinnert hatte. Ja, er muss aufpassen, dass normale Türen nicht kaputt macht, wenn er die aufmacht. Da, er wird nach dem Inn. Ich dachte, es wurde closed seit vielen Jahren. Fucking Minecraft, da. Vielleicht kann ich es nutzen. Ui, chat, let's go. Mörder some people. Dominanz! Wir haben nur neun Schuss. Bullets only keep them away for a while. Riesige Cursor. Halber Bildschirm ist einfach ein Kreis. Wo ist er? Ah! Auf einmal hält er mehr aus. Das ist sinnvoll. Wann werden wir endlich mich allein lassen? Er ist wieder zurück. Wie kann ich ihn ausführen? Morgen schmorten! Ich bin im Kreis gelaufen! Stark! Ich bin im Kreis gelaufen! Halt! Ich bin im Kreis gelaufen! Ich bin im Kreis gelaufen. Ich bin im Kreis gelaufen! Schukşuk! Schuk! 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 Auf einmal wird alles automatisch gelootet. Wo ist der Pimmel? Da kommt er Black Leave me alone Let's go, let's go! Wo ist er? Wer wird die neuen Millimeter zwischen die Augen? Du! Für Gott's sake, die! Ich glaube, ich habe den einen geskippt oder so. Wäre zu cool, hätte das funktioniert. Ich glaube, die haben sich von Resi inspirieren lassen. Da geht das! Das ist so gut. Ich glaube, ich glaube, wir haben es. Äh, ich bin mit Lucky Luke verwandt, ja. Deshalb der eben... Meine Familie, äh, sind seine Nachfahren. Das kann schön laut jetzt! Ach so! Okay, hätte ich da drüber springen müssen, oder was? Und Bettelmorgung! Dankeschön für 20 Monate! Vielen, vielen Dank! Und freu mich, dass du wieder da bist! Ich habe ihn verschluckt! Praktische Prüfung für den Führerschein. Geschafft oder was? Sagst du, bist du bereit für die Straße? Joke, es ist so laut! Kann er Axt werfen? Ich dachte, ich kann einen Finisher machen. Reposten oder so. Aua, Papa! Aua, Papa! Ja, beschwört Meteorien! Ja! Nein,уки! Ja, ich habe ihn gerne. Aua, Papa! Aua! Wie ist der Sorge? Ich bin in Feuer da reingelaufen! Ja, was ist der Sorge? Ich glaube, die Phase muss man abwarten. Oder doch nicht. Ey, was ist die Reichweite? Für die Leute am Fenster ist es ein ganz großes Kino. Boah, Junge. Ja, sie wollten so einen kleinen Resiboss hier machen. Boah, Junge. Das stimmt, so Sniper-Elite käme, Alter. Ich hätte eigentlich einen Hodentreffer machen sollen. Oh, was ist wieder passiert? Er ist immer noch da. Norton! Wie er ihn da hingesetzt hat. Nicht die Hand! Okay, das war wild. Das habe ich gar nicht erwartet. Dass das in so eine Richtung gehen wird, Junge. Das habe ich ja gar nicht erwartet. Crazy, ey. Ich stehe hier vor größeren Herausforderungen als nur der Reparatur eines alten Schuppens. Irgendetwas wirklich seltsames geht hier vor sich. Zuletzt hat jemand eine unsere Sicherung gestohlen und sie in einen Tierkadaver gesteckt. Zu allem Übel habe ich auch noch einen Anruf von meinem Chef erhalten, der darauf drängt, dass ich endlich die sowjetischen Telegramme entschlüssele. Mir schwirren so viele Dinge im Kopf herum, dass ich das Gefühl habe, langsam verrückt zu werden. Ich denke immer häufiger, dass alles mit den Memoiren von Nikolas zusammenhängt. Kann aber noch nicht erkennen, auf welche Weise. Normaler Donnerstag. Was ist das für ein Game überhaupt? Beast Inside. Ich habe einen Rechtschreibfehler im Titel. Ich habe den gar nicht geschrieben. Ich glaube, Deschke hat den Titel geschrieben, weil ich vergessen hatte, den zu ändern. Was hat er denn geschrieben? Freitag, kleine Horrorgames und Beast Inside. Iniside! Iniside! Ja, Deschke wollte einfach cute sein. Iniside! Iniside! Also, er hat jetzt mit den Memoiren, die er gefunden hat, die irgendwie 100 Jahre alt sind, und da war irgendwas drauf, mit dem er den Code dechiffrieren konnte? Aus der heutigen Zeit. Wenn ich das richtig verstanden habe. Scheiße! Die Sowjets planen nicht nur Raketen direkt vor unserer Nase zu transportieren. Sie wissen auch, was bei der CIA vor sich geht. Das heißt, wir haben einen Maulwurf im Büro. Verdammt! Nicht ein Maulwurf. Operation Totenstille in Kraft. Die Stationierung von Raketen mit Hilfe von U-Booten entlang der Westküste der USA beginnte Nacht vom 6. auf den 7. Oktober. Radar-Störsysteme wurden getestet und sind voll funktionstüchtig. Aus vertrauenswürdigen Quellen ist zu entnehmen, dass die CIA immer noch am völligen veralteten Fall Wootpacker arbeitet. Warten Sie auf weitere Nachrichten. Kein Wunder, dass ich keine Angst vor dem Game hatte. Der Name klang zu süß, ne? Ja, du trägst aber auch keine Kopfhörer. Ich werde David darüber... Achso, wir gehen zum Telefon, denke ich. Du musst freitags immer Kopfhörer tragen, damit du dann Gehör geschädigt bist. Wieso hast du Rotwein im Auge? Kleine Rotweindusche. Die Schnauze, wegen dem Telefonieren. Adam hat etwas gefunden. Wie ist das möglich? H. schworedet, dass sie auf dem Tod sind. H. schau auf den Film, wir sind in Kontakt. Das soll, glaube ich, ein russischer Akzent sein, oder? Wurde, dass sie mich so schnell in diesem Scheiß-Hole schrauben, schau mich. Vielleicht haben sie Harald nachher getestet. Ich kann vertreten, wo sie mich nachher schrauben. Wenn ich nicht falsch bin, sollte der Detektor in dem Office sein. Also, wenn es ja hier darum geht, um Wahnsinn oder so. Mach doch aus, jetzt den Laden hier. Wenn es ja hier irgendwie um Wahnsinn geht oder so. Dann, maybe, wird er gar nicht von Russen verfolgt. Und der stellt sich das vor, dass er von Russen verfolgt wird oder so. Was, wo sollte ich hier holen? Ich sollte doch irgendwas... Nimm den Lokalisierer aus dem Büro an dich. Ah, da ist er. Das Gerät schon wieder, das Gute. Jesus, are you trying to kill me again? Junge, wildes Shirt. Junge, vor allem in der Gegenwart. Jemand ist hier, in front of the house. Aber, maybe it's someone from the office. You know, about work. David would tell me. Son of a bitch, it's all so clear now. Son of a bitch. You don't think that. I do. They want to get us, so nothing would surprise me. A few days ago, someone was hanging around here too. I caught a glimpse of him behind the trees. And you didn't think it was worth mentioning? It might as well have been my imagination. I didn't want to spread panic. We've got enough to worry about. Fuck Emma! I don't work in a bakery. Rock, paper, scissors. I work for fucking spies. It's not like we can just go to a mountain cabin and be safe. Stay in the house, lock the doors and windows. I'll take care of this. I can use the localizer and see if I can find something nearby. Junge, das Raid-Timing. Junge, das Timing. Junge, 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 Junge. Die Musik war wirklich perfekt. Jo, Ricky, ich war ein Dankeschön für den Raid. Was geht ab? Ihr Manias. Was habt ihr so Schönes gemacht? Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Bock noch auf Horror. Zur späten Stunde. Das selbe wie jeden Tag. Minecraft! Ne, man lockt der aus und put on the Caribbean music. Junge, das war wirklich perfekt. Jo, Dankeschön für den Raid, Ricky. Und auf 7 oder so, keine Ahnung. Was ich sagen wollte, Chad. Ich hab auch keine Ahnung, wie soll ich aus der Hälfte gemacht habe. Aber wir spielen ja die ganze Zeit in zwei verschiedenen Zeitlinien, ne? Pipipiu und Pipipiu. In der Vergangenheit haben wir mehr Action, mehr Horror. Und in der Gegenwart haben wir mehr, äh, mehr Rätsel und so. Und damit in der Gegenwart trotzdem irgendwie noch so Horror-Elemente da sind, kommen Jumpscares, in dem unsere Ehefrau uns immer erschreckt. Hey! Hey, I'm Emma! Junge. Hey, Adam! What are you doing, Adam? Boop, 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 boop! Anomalies! Wo sind die Anomalies? Ich seh keine Anomalies. Frauen können halt scary sein, ja. Ich hab auch Angst vor Frauen. Die... Die riechen immer so gut. Was ist das? Da hinten ist noch eine Anomalie. Okay. Das ist er, Chad. Die mies Sau, der scheiß Russe. Ich hab auch Angst vor Frauen. Ich schrecke mich immer von meinem eigenen Spiegelbild. Ich hab Angst vor Biaco. Dass er mich gleich auffrisst, wenn ich ihn nicht füttere. Das Signal ist sehr klar. Eine Quanten-Kleude sollte genau hier sein. Die Linien kommen zusammen. Ich bin jetzt nahe zu der Grund. Jetzt geht's auf der Grund. Dieser Mistgerd hat mich nur auspioniert. Jetzt versucht er auch noch mich zu weiterschichten. Okay. Ja, der klettert, die miese Sau Kann ich auch klettern? Ich kann auch klettern Ne, wir reißen einfach die Tür auf Wir reißen Junge, was ist mit ihm eigentlich los? Er sieht sogar in einer scheiß Quantenwolke Dass man einfach rüberklettern kann Wir müssen auch durchkommen Okay, ich reiß einfach mal das Tor Aber weg Scheißfreak Okay, wir brauchen wahrscheinlich das Ding da Deshalb heißt es, spiele auch Beast Inside Es geht gar nicht um Monster Chat Sondern er ist einfach ein Biest Wie die Bretter auch nie Nie irgendwie aus den Nägeln rausgezogen werden Sondern die Bretter brechen immer Das ist einfach viel zu krass Wo ist manbibububub? Bibibibububub Wir müssen hier lang Wahrscheinlich da oben Treppenhaus Äh Treppenhaus Vogelhaus Äh Baumhaus Holy shit. Äh, wie komm ich da hin? Ich bin stecken geblieben. Softlock. Ich bin stecken geblieben. Ich bin stecken geblieben. Ich bin stecken geblieben. Wow. Wow. Oh. Ich fall grad auf dem Brett. Ja. Ich bin raus. Kannst du Bjarke für den? Nee, der kriegt nix zu essen. Äh, wie komm ich denn zum Vogelhaus? Boah, mein Gott. Fuckin Vogelhaus. Äh, Baumhaus. Ah, hier vielleicht. Wünscht mir auch nicht. Hier komm ich ja nicht lang, oder? Doch, hier komm ich lang. Okay, scheiße. Step, bro, I'm stuck. Genau. Hier hat er seinen Russenversteck. Und hier macht er seinen Russenschlaf. Scheiße, ich kann es nicht glauben. Er hat das Foto an dem Tag gemacht, an dem wir hier angekommen sind. Und er wusste sogar, wann und wohin wir umziehen würden. Tja. Vor den Russen seid ihr nicht geschützt. Ähm. Ich muss irgendwo was kennen, hier. Was ist das hier? Feuerzeug? Hä, was ist das? Hör mich? Das gibt ja auch Aktion. Hier ist er. Du kannst rufen, aber du kannst nicht schlafen. Da kann echt schnell laufen. Er lebt ja nicht im Wald. Das ist ja ein russischer Spion. Das ist von der russischen Regierung. Mann, diese Ehre, du passt ja gar nicht auf. Das Game ist sehr funny, aber glaub nicht, dass das gewollt ist. Hast du vorhin den Boss gesehen? Warst du schon da, als ich gerade den Boss gemacht habe? Der war wirklich funny. Eine Resi-Parodie. Ne, das nicht. Da ist er. Ich kann nicht da kommen. Welcher Weg jetzt? Ach so. Nee, ich hab Jagd noch nicht gefüttert. Zapp mir, oder? Die Serie, da ist nichts verwirrend. Bisher ist eigentlich alles super simpel. Wir haben zwei Timelines. In der einen Timeline ist ein Sohn nach Hause gekommen und sucht seinen Vater. Und plötzlich wird er dort angegriffen von jemandem. Und in der Gegenwart spielen wir einen CIA-Agenten, der sich vor den Russen versteckt. Und hier seinen Job macht. Und jetzt von den Russen wieder gefunden wurde. Das war's. Das ist nicht so kompliziert. Ja, wie komm ich rüber? Wer wohnt denn in einem Wald? Das ist doch der Spion. Der wohnt da nicht. Der spioniert sich einfach nur von hier aus aus. Seit einer Woche. Hey, wir spüren irgendeinen Typen, der mal bei der CIA irgendwie als Agent oder als Spion gearbeitet hat oder sonst was. Und sich momentan irgendwie versteckt. Aber gefunden wurde. Nein, ich bin wieder stuck. Bro, help me. Oh, jetzt. Ich hab alle deine Videos mindestens zweimal gesehen. Du hast dich echt gut gehalten. Was meinst du mit gut gehalten? Gut gehalten. Hey, wie komm ich hier weiter? Ich weiß nicht, ob er meint, du hast dich gut gehalten von wegen, hey, du machst immer noch coolen Content oder du siehst gar nicht so scheiße aus. Siehst immer noch gut aus. Ich komm da nicht durch. Hey, oh du Silo, es geht ab. Hä? Ich komm nicht mehr weiter. Gut gehalten im Sinne von beiden, Alter. Geil. Seht ihr, Chad? Ich bin einfach ein geiler Typ. Immer noch. Ihr sagt mir immer, ihr sagt mir immer, früher warst du cooler, damals in deiner Prime, als du noch Mario Maker gespielt hast. Okay, ich versuch was, Chad. Ob das so gewollt war? Nein. Du siehst aus wie ein geiler Bösewicht aus. Halt die Fresse. Äh, boops. Ja, und jetzt? Da geht's nicht lang, da geht's nicht lang. Ich könnte nochmal zurückgehen, I guess. Okay, ich hab den Weg gefunden, wir müssen wieder zurückgehen. Hast du dich eigentlich von Mythos of Gaming inspirieren lassen? Äh, ja, ich hab letztens gesehen, dass er immer Horrorspiele streamt. Und dann dachte ich mir, ich will auch. Und dann hab ich auch angefangen, jeden Freitag Horrorspiele zu streamen. Und das hier, du kommst genau perfekt, weil das hier, Beast Inside, war damals das erste Horror-Let's Play, was ich bei Mythos of Gaming gesehen habe. Und Dispandemic, Dankeschön, für drei Monate. War nur ein Witz. Ja, das war auch ein Witz. Ich glaub, Mogi kennt das Spiel nicht. Sag Waller. Nee. Du Content-Klauer. Wann kommt wieder Pferdegames? Wisst ihr, auf diese ganzen Fragen, ne, hab ich eine ganz simple Antwort. Wann kommt wieder Marimaker? Wann kommt wieder Pferdegames? Wann kommt dies? Wir haben momentan eine KSRW geplant. Die Kegi spielt alles Woche. Ihr könnt für 50.000 Kanalpunkte euer Spiel, Wunschspiel, in den Lostopf werfen. Und ich werde es auslosen. Und vielleicht werde ich es spielen. Du kannst dein Lieblings-Pferdespiel reinpacken. Du kannst dein Lieblings-Mario-Maker-Spiel reinpacken. Und vielleicht spiele ich es. Die Russen sind da. Äh, das ist SSD. Das ist die SSD-Geschwindigkeit. Bro. Ja, ich habe es vergessen auf Discord. Es ist erst seit gestern die KSRW gestartet. Also die Anfragen. Es ist erst seit gestern gestartet. Und ich habe es vergessen, auf Discord zu schreiben. Ich habe gesagt, ich mache es heute und habe es heute wieder vergessen. Oh, boah. Boah. Hat gerade ein bisschen irgendwie so Tomb Raider-Flair. Ich hoffe, wir müssen gleich Wände hochklettern. Dann sage ich nicht, dass meine schneller ist, weil dann wäre es Flex, Bro. Äh, dafür habe ich einen großen Penis, Bro. So. Ist aber kein Flex. Ja, ich bin irgendwie eine Samine, ne? Um die es hier geht. In der Vergangenheit jedenfalls. Hier sind Leute gestorben. Bei einem Einsturz. Und ich wäre vielleicht jetzt auch einer von denen gewesen. Nee, ich habe Dishonored nicht mal Off-Stream gespielt. Ich habe keine Ahnung von Dishonored. Ich habe leider meinen Papagei nicht dabei, um zu gucken, ob hier Gift in der Luft ist. Das Ding wird doch so einstürzen, oder? Never werde ich darüber kommen. Dich hat, du kannst nicht die Maus, du kannst nicht das Quicktime-Event außerhalb des Screens machen. Ich sehe das doch nicht, was man nicht drücken soll. Was bist du, hä? Drakengard oder was? Möchte gern Drakengard hier. Ich glaube, ich habe das auf der SSD installiert. Ich glaube schon. Das ist ein Tricklegard. Ja, okay, sorry, dass ich es nicht gesagt habe. Das ist mein Spiel, ja. Und natürlich ist es inspiriert von Resi und Amnesia. Das sind halt meine Lieblingsspiele. Das ist nicht so stabil. Was? Hallo? Was für boxt ich gleich? Ich mache das nicht absichtlich. Wie machst du das nicht absichtlich? Ja, das ist ein Quicktime-Event. Du musst zu dem richtigen Zeitpunkt drücken. Und hast du gesehen, wie die Mausanzeige ist? Die ist die Hälfte des Quicktime-Events nicht mehr sichtbar. Weil sie außerhalb der Sicht ist. Das ist nicht so stabil. Ach, es ist Rechtsklick! Ich habe die ganze Zeit linksklick gedrückt. Oh. Ich habe es erst jetzt gecheckt, dass es Rechtsklick ist. Huch! Ja, irgendwie war es bisher immer Linksklick und ich habe immer Linksklick gedrückt. Und jetzt war es plötzlich Rechtsklick. Nein, ich habe keine Links-Rechts-Schwäche, aber bisher war jedes Quicktime-Event immer Linksklick. Hübsch! Hier würde ich raften. Hier würde ich runter raften. Das wäre geil, oder? Wechselt immer Links-Rechts durch. Ist mir gar nicht aufgefallen. Vielleicht habe ich deshalb die ab und zu mal verkackt. Ich muss auf der anderen Seite gehen. Mann, ich weiß, wo rechts Maustaste ist und wo linke Maustaste sind. Ich weiß auch, wo die anderen Tasten auf der Tastatur sind. Aber ich habe nicht genau auf dieses Symbol geachtet, weil ich davon ausgegangen bin, alle Quicktime-Event einfach nur Maustaste drücken. Ich weiß, wie man Videospiele spielt, okay? Das ist eine Kette. Die roten markierten Dinge, Alter. Wenn man bloß nicht sich verläuft. Diese Machete mag zwar alt sein, hat aber nichts an Schärfe eingebüßt. Klingen wie diese wurden dazu verwendet, Pfade durch den Urwald zu schlagen. Sie sollte also in einem normalen Wald mehr als nützlich sein. Let's go, Leute. Jetzt wird geschlitzt. Die Keggespielt-Alles-Woche fängt am 20. Mai an. Die Einsendung für die Spiele endet so ca. 12. und 13. Mai. So, wo säbele ich mich jetzt durch? Da, ne? Hier. Dafür, dass das Ding so ranzig und rostig aussah? Boah. Mächtiges Werkzeug. Ein weiteres Signal. Oh, hier waren wir in der Vergangenheit unterwegs, ne? Hier habe ich diese Blutspuren verfolgt. Und bin vor Norden abgehauen. Abnehm! So, hier her. Ich bin nahe, ich kann es fühlen. Ich verfolge gerade einen Russen. Er hat mich, er hat zu mir, als ich ihn gesehen habe, hat er irgendwie sowas komisches gesagt, sowas wie Suka, Suka Biad oder so. Aber weiß nicht, was das bedeutet. Ja, und irgendwas von, er hat noch irgendwas auf Englisch dann noch hinterhergerufen, weil er dachte, wahrscheinlich verstehe ich das, irgendwas von Rush B oder so. Rush B, Flash A oder so. Roba! Roba! Junge, ich dachte kurz, Spiel stürzt ab. Ja, ich habe Comedy erfunden, deshalb bin ich so lustig. Ich habe Comedy revolutioniert. Ich habe den Chat geguckt. Ich lebe. Da war einfach keine Brücke mehr. Aber es war richtig. Wann machst du irgendwie Stand-Up? Ja, ich mache hier im Stream fast tagtäglich Stand-Up-Comedy. Während ich halt noch nebenbei ein Spiel spiele. Okay. Okay. Begib dich zum Wirtshaus. Boah, Junge, dieser Mann. Dieser maskuline, männliche Mann, ey. Und, äh, Calorie Relief. Dankeschön. Dankeschön für deinen Prime-Sub. Also, ich bin schon männlich, aber ich glaube, diese Bretter so einfach so mal kurz wegreißen. Boah, weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde. Einfach das Holz zerrissen, als wäre es ein Blatt Papier, ja. Also, meine Hände sind halt nicht so stark. Wenn ich das halt machen würde, dann würde ich vielleicht, ähm, meinen riesigen, irrigierten Schwanz dagegen hämmern, wie eine Keule. Was haben wir hier? Ein altes Tent. Einiges abandenen Sachen. Sieht so, dass jemand es einfach verlassen hat und nie zurückkommt. Aber warum? Der Russe schläft hier. Hier, Isere, hier schläft er. Hier lebt der Russe. Das ist ein russisches Zelt. Die rote Farbe steht für Kommunismus. Sehr gut getarnt, ja. Vor allem ein rotes Zelt. Rotes Zelt. Im... Als Spion hier unterwegs und hat ein rotes Zelt. In einem fucking Wald. Wo er halt übernachtet. Das ist eigentlich schon ein Trottel. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht den... Den Job vielleicht ihn eigentlich, äh, nehmen sollten. Oh, wer ist der denn? Wo ist denn der Backpack? Ach, da. Leute. Ich kann Gegenstände aufladen beim Werfen. Oh, ich hätte die ganze Zeit alles richtig geil rumjeeten können. Nein! Fuck! Ich wollte nur einen Joke machen, dass ich springe. Und dann bin ich abgerutscht. Ländische Bühne. Ich habe nicht noch einen Joke gemacht. Das war der Tarnung. Through you. Mit dem Homans. Das ist tatsächlich alles ganz wichtig. Das war der Bühne. Und dann war der Bühne. Und dann hast du die Menge zum Beben gebracht mit deinen sicken Beats. Mit der Gitarre, achso, eben beim Haus. Im Bootshaus? Gibt es Bände auf Dritte? Ach, Hausboot. Ich habe irgendwie... Ich habe auch Hausboot sogar gelesen, aber irgendwie... Bootshaus... Als Bootshaus irgendwie abgespeichert in meinem Gehirn. Hä? Achso, ich dachte, die Leiche ist weg. Ein Kletterseil, sehr robust. Das könnte sich als nützlich erweisen. Okay, nice. Wir können jetzt klettern. Ich war mal auch auf der Bühne mit einer Gitarre bei einer Prüfung, äh, bei einem, ja, Prüfung um, also, ja, Prüfung, Musikschule. Und nach dem Auftritt, bei dem ich so ultra-nervös war... ...kam mein, ähm, Musiklehrer zu mir und hat gesagt... Wieso bist du nicht vorher zu mir gekommen? Hast du die Gitarre stimmen lassen? Ja, ich habe bestanden. Die Gitarre sind kaputt. Ich muss noch einen anderen Weg finden. Der Russe ist jetzt da runtergegangen, oder was? Vielleicht ist das doch ein guter Spion, Chat. Dass er da runtergeht, um sich zu verstecken. Eigentlich den Trendy-Shit-Jingle-Dummit-Sepfen-Crow. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich habe bei YouTube immer selber rumgeschrien, ja. Ne, er kann die Tür nicht zertreten. Also, so ein, ähm, eine Metalltür, so ein Metallzaun. Okay. So ein Metallzaun hat er mit seinen bloßen Händen, äh, hat er einfach zerrissen in Stücke. Aber bei Holzzäunen, da kommt er nicht klar. Was ist ein Showspieler? Diese Kisten-Rätsel sind immer die besten. Rätsel. Aber die Kisten musst du immer so zwei Meter schieben, wenn überhaupt zwei Meter. Ja, wie gesagt, ich, ich habe früher öfters geschrien. Irgendwelchen Jingles oder Intros oder so. Ich kann mich nur an Trendy, Trendy-Shit nicht erinnern, was ich da geschrien habe oder wie ich geschrien habe, aber ich habe das ja öfters gemacht. Also, ja. Jünger, was bauen die hier? Das ist einfach so, als wäre das irgendwie so ein, ähm, Crafting-Game. Und man baut gerade noch sein Haus. Noch nicht fertig. What the hell is he up to? Da ist er. Ist das ein Safe da oben? The fuck? Meine Base in Ball World. Da ist er. Diese russische Ganova. Oh, das könnte wirklich das Gebäude sein, wo ich gegen den Boss gekämpft habe. True, du hast recht. Aber der Hof sieht halt anders aus. Aber ja, in der Nähe von unserem Haus. Ein sehr großes Gebäude. Vielleicht ist das niedergebrannt oder so. Ich meine, da hat ja alles gebrannt, als wir gekämpft haben. Da ist irgendein Gerät. Das brauchen wir wahrscheinlich. Hä? Wie komme ich da hin? Von oben? Von oben. Ach, auf einmal nicht mehr. Sonst einfach krasseste Maschine überhaupt. Ja, wir brauchen das Werkzeug, was da liegt. Ist das ein Gewehr? Nee, ist kein Gewehr. Aber wie komme ich da hin? Gerät. Ja, ich weiß nicht, was das für ein Gerät ist. Deshalb nenne ich es erstmal nur Gerät. Ja, das ist Fortnite. Wir bauen gerade eine Sky Base. Sky Base. Ja, hier sonst ist hier gar nichts. Ist das nicht einfach eine Metallstange? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe es nicht ganz erkannt. Von oben sah es gerade aus wie ein Gewehr. Junge, Biakko liegt auf meinem Mauskabel, ey. Jetzt mal, wenn ich nach rechts ziehe, muss ich richtig festziehen. Ich kann auch nicht durch. Oh mein Gott. Entschuldigung, Biakko. Ich muss da mal fester ziehen. Hä? Ach hier, Moment. Lol, ich bin ja mega dumm. Die Sowjets, Mann. Wie ich die hasse, ey. Diese Schweine. Da ist die Lampe. Bestimmt von dem Typen, der vor 100 Jahren die Lampe benutzt hatte. Jetzt liegt die hier. Also Ende des Spiels in der Vergangenheit wird dann wahrscheinlich so aussehen, dass dieses Gebäude abgefackelt wird. Und der dort seine Lampe verliert. Hallo, Kai. Kannst du mir Glück gegen den Kapper, die ihm aus Dark Souls 1 wünschen? Diese 100 zerstören mein Leben. Ich hoffe, ich hoffe, du wirst richtig leiden. Ich hoffe, du stirbst richtig, richtig oft. Ich hoffe, du wirst richtig wütend. Du wirst kurz davor sein, dein Gamepad zu werfen. Es ist einfach wirklich ein Rohr. Nur, okay. Weil ich habe es genauso erlebt. Ich habe Capra Demon gehasst. Ich habe richtig gelitten. Ich habe geweint. Ich habe geschrien. Ich hätte am liebsten mein Gamepad zerbrochen. Und dann habe ich das Spiel geliebt. Und mich in dieses Spiel verliebt. Und du musst genau diesen Leidensweg durchgehen. Ich habe ihn nicht gegenseitigt. Wie ist das Spiel eigentlich? Ganz cool, ein bisschen hier und da, ein bisschen goofy, aber an sich ganz cool. Oh mein Gott, Biakko. Oh mein Gott, Biakko. Oh nein, oh nein. Ich muss jetzt da wirklich eine Zahl raussuchen, die da fehlt, Chad? Welche Zahl fehlt da, Chad? Wie soll ich das machen? Kann ich aber mein Moped dran halten? Hallo? Jetzt nimmt das doch hoch! Fünf auf der ersten Seite? Wieso? Eins, zwei, drei, vier, also sechs, sieben, acht, neun, ja es ist fünf. Stimmt. Ihr habt recht. Ne, ich bin richtig. Ich glaube hier ist es die neun, oder? Neun, ne? Ne, sieben? Es gibt auch echt keine siebenen, das stimmt. Doch, ne neun habe ich gefunden. In der dritten Reihe gibt es ne neun. Und in der vierten Reihe. Es könnte wirklich ne sieben sein. Ja, es ist ne sieben. Sechs, ja, doch sieben. Ne, sechs ist da. Sechs habe ich in der vorletzten Reihe. Ganz hinten in der vorletzten Reihe ist ne sechs. Ja, müsste sieben sein. Okay, also haben wir sieben, fünf. Hier ist es ne sechs, ne eins, ne zwei, zwei ist auch da. Drei, vier, fünf, ne 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 neun ist auch da. Ne sechs. Ne sechs fehlt, Chat. Sechs, ne? Ansonsten gibt es alles, ja. Also haben wir sieben, fünf, sechs. Da ist ne sechs. Wo ist ne sechs? Stimmt! Äh, vierte Reihe von unten ist ne sechs. In der Mitte. Zweite von unten ist auch ne sechs, ja. Drei gibt es auch. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun gibt es auch. Hä? Es gibt alles. Es gibt alles, Chat. Ne Moment, das ist ein ausgerissenes Stück Seite. Chat. Da fehlt doch ein Stück Seite, ne? Da, seht ihr? Hier? Das heißt, das zählt dann hierfür. Okay. Ähm. Eins? Da fehlt die Eins, ne? Oh, da seht ihr irgendwo nur eins? Ist eins, ne? Okay, dann haben wir sieben, fünf, eins. Sieben, fünf, eins. Aber was ist dann die letzte Zahl? Ähm. Also wir haben hier allein eins, zwei, eins, zwei, eine drei sehe ich dort nicht. Es sind sehr viele Nullen. Es sind sehr viele Nullen. Also es könnte eine drei sein. Es könnte aber auch eine sechs sein, ne? Und eine fünf. Ne, stimmt. Sieben kann es auch sein. Es kann ja alles sein. Also eins, zwei haben wir. Null haben wir. Vier, acht haben wir. Und das war's, ne? Und neun. Neun, klar. Okay. Ja, es ist auch egal. Ich kann die letzten einfach durchtesten. Aber ich dachte, vielleicht kann man das anhand dieses Schnipsels auch herausfinden. Also ich war einfach interessiert an diesem Rätselmann. Sorry, dass ich einfach interessiert war. Da will ich mal einmal nicht Brut forsten. Drei. Fünf könnte es sein. Passiert nichts. Sechs könnte es sein. Sechs ist es. Deshalb bin ich in diesen Eignungstesten wohl durchgefallen. So einen Eignungstest hattest du mit einer zerrissenen Seite? Was? Der Richter hat versucht mich zu erwürgen und er hätte Erfolg gehabt, wenn nicht der Mann mit dem Zylinder und der Maske gewesen wäre. Okay, wir sind in der Vergangenheit. Aber ja, das ist das Gebäude, Chad. Das muss das Gebäude sein, was wir gerade gesehen haben. Er hat Norton, den Richter, vor meinen Augen getötet, hat ihm die Kehle durchgeschnitten. Es sah aus, als versuchte er mich zu retten. Aber weshalb? Ja, vielleicht ist das ja sein Vater. Aber wieso sollte der Vater den Richter töten? Der Richter hat ja wahrscheinlich eher für ihn gesprochen. Der Richter, ich kann es nicht selber machen. Es gibt so viel Blut. Herr Gott, ist das einer der Gast? Ich weiß nicht. Geh holen jemanden, er wird zu sterben. Schrauben auf die Wunde. Ich bekomme Hilfe. Der Janitor ist upstairs. Ruhm 207. Wo sind Sie? Wer ist das? Lass. Jangan versuchen zu hoch. Oh Gott. Niemand wird mich in eine Malkan-Trip wiederholen. Da ist er. Er sieht aus, als er der Schrauben verletzt. Der Detektiv hat den Gästen den Tagera-Tip. Der Detektiv? Du sagst, dasselige Fop Walter-Gilmann ist? Heilige Mutter von Gott. Ich muss den Scherriff telegrammieren. Nein. Dieser Mann braucht einen Doktor. Ich habe gesehen, wie das. Es ist nur ein paar Minuten. Entschuldigung, Herr. Diese Hände. Es gibt so viele von ihnen. Warte. Warte. Ich glaube, ich habe diese Gespräche vorher gehört. Sie sagten, dass ein bestimmter Detektiv Walter-Gilmann schaute für den Juden. Wenn er sich interessiert hat, die Menschen aus der Region verletzt, dann weiß er auch etwas über meine Vater. Vielleicht kann ich auf der Rezeption-Desche herausfinden. Seine Ahnung. Seine Ahnung. Mir wird es stinken. Wisst ihr, was mir jetzt auch stinkt, Chat? Dass wir aufhören müssen. Ich hoffe, es speichert automatisch. Denn wir haben schon halb eins. Und Yuna Yamada muss morgen früh aufstehen. Deshalb muss sie jetzt schnell ins Bett. Und ich will nicht, dass sie etwas verpasst. Von dem Spiel. Damit sie nächste Woche Freitag wieder zuschauen kann. ...